Jo Leute, willkommen zu diesem einzigartigen Projekt, was es so bestimmt noch gar nicht gegeben hat auf YouTube, bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich, Barker, habe nämlich vor, über die Gesamtheit von My Hero Academia zu reden. Und dafür habe ich das ultimative Plenum zusammengestellt, nämlich nicht Anteco 1 und nicht Anteco 2. Ich habe Rafi dabei, hallo Rafi. Hallo, ich habe Angst. Und ich habe Kata dabei, hallo Kata. Hi, ich bin gehypt. Ja, und ihr seid alle nicht Anteco. Weil ich wurde sehr oft gefragt, ob ich ihn dafür irgendwie recruten würde. Und ich dachte mir so, Leute, er redet jede Woche zweimal über My Hero Academia. Was habt ihr von ihm noch nicht gehört, Alter? Ja, true day. Herrlich mal. Wenn ihr übrigens mein aktuellstes Projekt mit Anteco hören wollt, er und ich haben sehr lange über die Off-Season von Borussia Dortmund geredet. Auf meinem Sport-Podcast Never Win. Im Übrigen könnt ihr, wenn ihr in die Infobox der YouTube-Version reinschaut, zwei Spotify-Links finden. Einmal meine Spotify-Liste für meine Anime- und Manga-Sachen dort, nämlich dort heiße ich auch Barker-Critic. Oder wenn ihr auf Real-Life-Sport wie Fußball oder NBA-Basketball steht, schaut bitte auf Spotify auf Never Win vorbei. Rafi war da sogar auch einmal Gast. Machst du auch Golf eigentlich? Golf nur nicht, aber wenn du ein Experte bist und ich würde sagen, Asiaten-Klischee erfüllen willst, dann gerne. Okay, auf jeden Fall schaut in die Infobox wegen Spotify vorbei. Und natürlich liked das Video und kommentiert es, weil Likes und Kommentare die beiden wichtigsten Dinge sind. Nehmen Abos, damit das Ding vielleicht auch in meinen Algorithmus reinrutscht. Und natürlich schaut bei Kata und bei Rafi sowohl auf Twitter als auch auf ihren YouTube-Kanälen vorbei. So, Leute, wir wollen über My Hero Academia reden und ich habe vor, das wie folgt aufzubauen. Wir werden in jedem einzelnen Podcast über den Anime-Content reden. Heißt, wir werden es genauso besprechen, wie es im Anime vorkommt. Aber natürlich können wir uns dabei beim Besprechen noch auf den Manga fokussieren, weil ich glaube, in gewisser Hinsicht gerade gegen die letzten zwei, drei Staffeln ist der Manga wahrscheinlich sogar eine positivere Erwähnung wert als am Anfang. Aber bevor wir loslegen, ich habe euch endlich ohne Grund angefragt. Für My Hero Academia. Ich meine, bei Dennis wäre es klar gewesen, er ist My Hero Academia YouTuber. Aber bei euch zwei weiß ich, erstens, Rafi steht auf jeden schonen gefühlt, vor allem, wenn es Jumps schonen sind. Ich habe übrigens noch mal neulich unseren Anime-Draft gesehen und dein Promised Neverland-Pick ist sehr, sehr schlecht gealtert, Alter. Der ist scheiß geeignet. Der ist super schlecht gealtert. Wie ist der von den Camps Bennett? Das war so ein Bennett-Pick. Jaja, auf jeden Fall. Und du hast ihn auf 10 gepickt, Alter. Ja, das war schon. Einfach ein Bust. Und bei Kata weiß ich natürlich auch, dass My Hero Academia eine sehr, sehr große Rolle in ihrem Leben spielt, weswegen es sie unbedingt hier dabei haben wollte. Klären wir vielleicht mal kurz historische Dinge. Wie sind wir in My Hero Academia eingestiegen? Sind wir alle irgendwie Anime-Opfer? Mit dem Anime kam der Hype und wir haben uns dann in My Hero Academia reingezogen? Oder gibt es irgendeinen Hipster unter euch, der oder die sagt, Ich hab schon den Manga vorher gelesen. Kata, fangen wir mal mit dir an. Kata, wie hast du angefangen? Boah, ich wünschte, ich hätte mit dem Manga angefangen. Aber leider bin ich ehrlich. Ich hab mich super lange davor gedrückt. Der wurde mir tatsächlich schon als Manga empfohlen. Aber das war in der Phase, wo ich noch so geschädigt von meinem Trauma mit Naruto war. Und ich war so, nee, ich hab keinen Bock mehr auf Shonen Jump. Ich will das gerade nicht lesen. Und dann bin ich tatsächlich, boah, ich glaub über ein Mother's Basement Video damals sogar noch, weil er darüber geredet hat. Und ich habe das schon von Bakugo gesehen. Und das hat mich tatsächlich überzeugt. Und ja, dann war ich halt. Ich glaub, da war grad die zweite Staffel. Also die kam auf jeden Fall kurz danach. Ich glaub, ich hatte noch erste Staffel. Und dann kam schon bald die zweite. Oh, nice, nice. Rafi weiß noch, wie es bei dir war. Crazy. Ich wusste ja nicht, dass ich mit Fake-Fans aufnehme. Nein, krass. Ich hab schon relativ früh den Manga gelesen. Ich glaub, ich hab damals aktuell gelesen, wo das Turnier noch ein Manga war. Und der Anime kam dann irgendwann ein bisschen später. Also ich hab das schon dagelesen, auch durch irgendein YouTube-View damals. Ich fand das, also mich hat das übertrieben gehuckt. Ich weiß noch ganz genau, was für eine Freude aufkam, als dieser erste Anime-Teaser-Trailer war. Also es war sehr, sehr besonders. Es hat bei mir auch noch diese frühe Magie, die so ein Anime oder Manga auslösen kann. Ähm, also ich war, also ich, naja, ihr werdet im Laufe dieses Podcasts merken, dass ich, ähm, zu Mahiru, zu Mahiru hab ich ja eine Beziehung wie mit einem Kind, von dem ich enttäuscht bin, weil ich weiß, es kann mehr. Aber es hat nicht mehr gezeigt, aber es gibt trotzdem gute Sachen, also es ist schwierig. Aber ich war zu Anfang ein sehr, 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 sehr großer Fan von der Serie. Rafi, wie so ein asiatischer Vater, der enttäuscht ist, dass das Kind kein Arzt geworden ist. Ja, basically. Hammer. Äh, Dings, ich hab tatsächlich, äh, die ersten so szenisch Kapitel, äh, auf jeden Fall gelesen, bevor es den Anime gab, aber ich hab die Serie danach nicht verfolgt. Woran ich mich erinnern konnte, ist, dass ich den Style übelst gefeiert habe. Ja, same. Weil der Anfang von My Hero Academia, gerade im Manga, ähm, so aussieht wie die Anime-Version von Soul Eater. Ja, es hat, hat den ultimativen Bones-Vibe und ich dachte mir, als Bones dann den Anime gepickt hat, das passt einfach wie Arsch auf einmal. Und als dann der Anime kam, war ich halt instant hooked. Also nach Folge 1 noch nicht so richtig krass, aber als Folge 2 dann kam und dieses One-Shot aus dem Manga halt vollendet hat, war ich halt richtig hooked, hooked. Und das ist ja so ein Ding, Shonen-Jump-Manga haben ja sehr häufig diese Magie, die sind natürlich immer sehr, äh, Mainstream-tauglich, weil sie auch von der Formel her so aufgebaut werden und so. Nichtsdestoweniger schaffen es ja gar nicht mal so viele Battles-Shonen in den letzten Jahren, sich wirklich dauerhaft durchzusetzen. Und auch Koei Horikoshi hatte jahrelang das Problem, dass er mit verschiedenen Manga-Serien, die er in der Jump versucht hat zu etablieren, einfach immer kläglich gescheitert ist. Und teilweise, ich glaube, sein längster Manga ging nur, ähm, zwei Bände lang. Also er hatte wirklich nicht gerade so ein Erfolgserlebnis, und darüber spricht er ja oft in den Manga-Bänden, wenn er halt darüber redet, wie traumatisiert er noch von diesen ganzen Raxing und so weiter war. Dass ich mir halt dachte, hat es wirklich einen traumatisierten Koei Horikoshi gebraucht, um auf den Trichter zu kommen, dass so in den 2010er Jahren irgendwie so eine typische 0815-Shonen-Serie mit Superhelden funktionieren kann? Hat es wirklich ihn erst gebraucht und irgendwie keiner ist auf diesen Marvel-Hype aufgesprungen außer ihm? Das fand ich halt wirklich krass. Und ich persönlich bin nicht so der größte Superhelden-Fan, ich weiß nicht, wie das so bei euch geht. Aber es ist halt dieses Ding, du hast halt bei One Piece Piraten, du hast bei Naruto Ninja, du hast keine Ahnung, bei Hitman Reborn hast du Mafioso, und jetzt hast du endlich mal westlich geprägte Superhelden, die nicht so Power Rangers-mäßig drauf sind. Ich dachte mir so, ja man, das ist schon längst überfällig gewesen, wieso ist das nicht vorher passiert? Ja, safe. Ich war, also es war ja auch damals sowieso so ein Ding, dass man sich das gefragt hat, hä? So, dass da keiner früher drauf gekommen ist. Und ich finde, Mahiru hat das sehr, sehr cool gemacht, sowohl mit dem One-Shot, wie das angefangen ist, natürlich klischee-mäßig Deko, aber ich finde, der hat auch im Laufe der Serie viele coole Qualities als Charakter, auch wenn der teilweise ein bisschen mehr gehatet wird, weil er die ein oder andere Träne vergießt, was bei ihm irgendwie ein Problem ist, aber bei anderen nicht so sehr. Nee, aber ich fand das sehr, sehr cool. Ich fand auch diese, über die wir noch reden werden, diese anfängliche Prämisse mit dieser Schule, sehr, sehr cool, was später. Ja, schwierig, aber zu Anfang fand ich das sehr, sehr, sehr nice und also jetzt vorwegzunehmen, ohne zu spoilern, ich finde, was Mahiru als Serie für mich immer am besten gemacht hat, war, wenn Hori dunklen Shit geschrieben hat. Das konnte er für mich immer am besten, weil immer wenn Mahiru so ein bisschen in diese Dark Root geht, ist es eine Top-Serie für mich und das war die letzte Zeit immer so ein bisschen nicht so der Fall. Deswegen fand ich den vorletzten Manga, glaube ich, richtig, richtig gut, aber das konnte immer ganz gut, finde ich, immer diese zwei Seiten des Heldensein aufzeigen. Das fand ich bei Mahiru immer richtig bemerkenswert. Ich fühle das auf jeden Fall, weil ich bin ehrlich gesagt mehr so ein Fan davon, wie Mahiru Akademie aussieht. Also ich kann auf jeden Fall zumindest Manga nur für die Optik gerne lesen, weil es halt voll viele so ... Sehr unik, ne? Ich finde auch, es gibt sehr wenig, was genau so aussieht wie ... Exakt das. Vielleicht auch so ein bisschen ... Kantig oder so? Die Charakteristischen sind sehr eigen, aber ich finde das auch cool. Ey, gerade der anfängliche Style ist halt übertrieben individuell. Es gibt kaum einen Mangaka, der so gezeichnet hat. Deswegen meine ich ja, es sah irgendwie Soul-Eater-mäßig aus, aber wie die Anime-Version, weil der Manga sieht nochmal anders aus. Aber dieses ganze Eckige und Kantige ... Du hast halt wirklich gefühlt, es fühlt sich sehr dreidimensional an, obwohl es ein Manga ist. Ja, 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 das ist es, genau. Genau, und aus technischer Hinsicht bin ich immer noch ein großer Fan von Horikoshi, aber da werden wir jetzt im Verlauf dieser ganzen Reihe darüber reden. Irgendwo ist der Punkt gekommen, wo dieses A in My Hero Academia das größte Problem geworden ist. Aber Katar, erinnerst du dich, was so deine anfänglichen Gefühle waren, als du in My Hero Academia eingestiegen bist? Was hat dich daran genau gehuckt? War es nur Bakuko oder war es noch was anderes? Also, am Anfang war es halt ... Also, wie gesagt, das erste, was ich gesehen hab, war halt Bakuko und ich bin so ein Mail-Zundere-Junkie und ich mag Delinquents. Und da hat er ja so einen Sweet-Spot, mehr oder weniger. Wobei ich sogar sagen würde, sogar noch eine Sache mehr, aber da kommen wir irgendwann später zu. Aber dann, was mich tatsächlich gehalten hat, war Deku, weswegen ich so einen persönlichen Beef mit jedem habe, der ihn hatet. Weil ich fand, ganz am Anfang, ich war irgendwie so erfrischt davon, was für eine Art von Protagonist er ist, weil er so eine zarte Seele ist. Und ich hab halt ziemlich schnell gemerkt, oh, das ist so character-driven und hm. Und ich finde auch, man merkt es später immer mal wieder, dass halt, Horikoshi hat ja auch ganz oft gesagt, dass Kishimoto für ihn so einen Einfluss war. Und ich hab einfach gemerkt, wie es genau den Spot getroffen hat am Anfang, den auch Naruto bei mir getroffen hat. Und ja, dann bin ich hängen geblieben. Das trifft's eigentlich gut, weil so wie am Anfang Naruto vor allem während der Chunin-Prüfung irgendwie so Ninja-Kids in der Schule-Vibe so ein bisschen hatte, geht's ja hier so in eine ähnliche Richtung mit Superhelden-Kids, die zur Schule gehen und so. Lass mal zu dem One-Shot eingehen, beziehungsweise die ersten zwei Folgen, weil anime-technisch haben sie es nicht geschafft, in einer einzigen Episode dieses eine Kapitel zu adaptieren. Stattdessen haben sie zwei Folgen dafür gebraucht. Und ich muss sagen, dieser One-Shot, wenn man sich den noch mal reinzieht, der hat noch mal so diese eigene Magie. Vor allem fand ich es damals auch eine gute Entscheidung, mit Isoku einen Protagonisten zu haben, der halt keinen Quirk hat. Wobei ich es immer noch im Nachhinein ein bisschen problematisch finde, dass jeder auf dieser Welt Quirks hat. Das wird zwar thematisch später in einer positiven Hinsicht relevant, aber das muss ich sagen, das war das Erste, was mich ein bisschen, ja, verwirrt hat so, von wegen, ey, warum gehen die extra in die Schule für Superhelden, wenn absolut jeder ein Superheld sein könnte von den Fähigkeiten her. Und dann wird das natürlich später mit so Stain und so noch mal aufgegriffen, was für ein Problem das ist, wenn Leute auf eigene Faust irgendwelche Sachen machen. Aber dieser Anfang, dieser erste One-Shot, der mit diesem legendären All Might-Panel aufhört, wo man ihn und den heulenden Isoku sieht, und er sagt, du kannst ein Held werden. Und Isoku das Ganze beendet mit, das ist die Geschichte, wie ich der größte Held aller Zeiten wurde. Das ist immer noch magisch. Das hat wirklich diese Kishimoto-Vibes. Ich kann das sehen, und ich denke mir, das wird einfach nicht schlecht. Jedes Mal, wenn ich es sehe, und jedes Mal, wenn ich in der Anime-Version Isoku noch mal weinen höre, ich mag das. Deswegen war ich auch nie ein Fan davon, wenn Leute gesagt haben, der ist eine zu große Heulsuse. Aber wie findet ihr generell den Heulgrad, den Isoku darlegt? Ist der problematisch? Nein! Ich lass dich nicht mal ausreden. Weil ich kann auch perfekt anknüpfen mit dieser Magie. Nämlich, ich hab das ja jetzt noch mal gelesen, die letzten Tage. Und das war meine Toiletten-Lektüre. Und ich hab so gedacht, ich hab das 10.000 Mal gelesen. So, als ob das mich noch mal fühlen lässt. Ich geh einfach nur durch, um die Plaupolze noch mal zu sehen. Und so dieses letzte Panel hat mich so fast schon zum Wein gebracht. Ich war so, was zur Hölle passiert hier? Also, und das ist mir auch beim Read noch weiter passiert. Also, ich finde tatsächlich, das war was, was mich bei Deku gecatcht hat. Weil ich finde, sehr oft, wenn ich an den typischen Shonen-Jump-Protagonist denke, so, keine Ahnung, an Luffy, an Goku und so, ich hab halt diese Go-Lucky-Fellas mit ihrem breiten Grinsen. Und sie sind halt vielleicht nicht hypermaskulin, aber sie sind halt schon so eine gewisse Art. Und selbst Naruto, der ja auch eigentlich im ersten Kapitel ein paar Mal weint, ist auch immer mehr so, wie soll ich sagen, nicht so der sensible Junge, sag ich mal. Und da finde ich, war Deku so richtig, richtig, keine Ahnung, eine Abwechslung. Ich war so, boah, das ist ja so ein Softboy. Wie will der denn bitte diese Prämisse überleben? Und, äh, I don't know. Also, ich kann das kein bisschen nachvollziehen, weil ich finde ihn ehrlich gesagt angesichts seiner Situation gar nicht so whiny. Und auch im Manga, ich hab jetzt mal so drauf geachtet, ich finde er heult gar nicht so oft. Tut er auch nicht. Ich hab dazu noch was Eigenes zu sagen, aber ich lasse erst mal Raffi gleich ausreden. Ich will nur noch eine Sache sagen, dieses ganze Deku wird mehr und mehr zu einem typisch maskulinen Mann. Ich muss sagen, diese ganze Prämisse löst sich ja so super auf. An dem Punkt, wenn wir zum Beispiel, ich glaub, es ist Staffel 4 mit Eddie und so, ne, und Overhaul. Und wenn du halt siehst, wie eine Eddie halt ins Gesicht lächelt, obwohl er grade voll am Arsch ist und so, da denk ich so, ja, Mann, das ist ein guter Zirkel. Weißt du, dieser Junge hat früher sehr oft geheult, aber jetzt hat er einen Punkt erreicht, wo er für andere Leute sein Lachen auch auspacken kann. Deswegen mag ich eigentlich diese Entwicklung. Aber Raffi, wie siehst du das eigentlich? Ist das zu viel Geheul am Anfang? Nein, 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 also ich find das auch nicht so schlimm. Es gibt halt nur ab und an so Szenen, die sind einfach so gut, um zu memen, wie... Ja, wie er sich in den Boden rammt, ne? Wie er was? Wie er sich in den Boden mit seinen Tränen rammt beim Sportfestival oder sowas. Wenn ich mal das, wie Ida irgendwas erzählt, die sind so am Essen und der heult in seine Reisschüssel rein. Das sind so Momente, das ist einfach so meme-mäßig. Aber wenn man das mal richtig betrachtet, ist es auch erst vielleicht nicht so eine Sache, die ich sonderlich störend finde. Zumal es, wie gesagt, nicht so viel ist, wie es vielleicht scheint. Anteco kommt bestimmt darüber ein Buch führen und hat alles aufgeschrieben, aber ich mag Deku als Protagonisten auch. Ich mag so Ruffy, Goku, Naruto, obviously mehr. Aber ich find Deku auch ganz cool, gerade auch, wie gesagt, weil er halt was anderes liefert. Ich find's auch, was ich an Deku richtig cool finde, was vielleicht ein bisschen in der Letztzeit so ein Vergesser geraten ist im Schreiben, dass er so immer diese Fähigkeiten aufgeschrieben hat und so taktisch das Ganze angegangen ist. Dass er immer so wusste, ich kann das so und so machen. Das fand ich cool, dass er so nerdy war und so dann gerade mit dieser Fähigkeit, das Ganze auch funktioniert. Wobei, das ist ja immer noch ein Element vom Manga. Also Deku hat ne klasse Fähigkeit dann, ist das klar. Aber wenn's nicht Deku wär, wird die nicht mal im Ansatz so funktionieren, wie sie eben bei ihm funktionieren. Und das macht seinen Charakter cool. Ich wünsch mir nur so ein bisschen so, weiß ich nicht, so irgendwie so Charakter, die Charakter-Arcs noch mehr. Ihr seid beide aktuell im Manga, ich werd jetzt nicht spoilern, aber so dieses ganze Ding mit dem, ich sag mal mit dem Schal, den er hatte, dieser Arc, da hätte er vielleicht ein bisschen noch mehr. Aber das war auch cool. Also es gibt viele coole Momente in der Serie. Ich find Deku nice, ich find ihn auch ein bisschen overhated, aber ich muss sagen, ich find dieses Heul-Meme auch funny. Das muss ich zugeben. Rafi, These, You Say Run ist einer der Top 10 Shonen-Soundtracks aller Zeiten. Nein, ich sag nein, nicht mal im Ernst. Nein? Nein, es ist, ja, kann man sagen iconic, weil es war ja schon überall damals. Es war ein eigenes Meme teilweise auf YouTube. Ja, ich kann's jetzt nicht mehr hören und natürlich kannst du nicht da nach Uhr sein, dass du es jetzt nicht mehr hören kannst, aber es gibt so gute Pieces of Music und das ist auch cool. Ich weiß nicht, Top 10, nee, Top 10 ist es nicht. Es ist maybe iconic so allgemein, aber Top 10 für mich, no. Interessant. Generell, der Anime ist, zumindest in den ersten zwei Staffeln, ist ja eine wirklich mega gute Adaption von My Hero Academia. Also es trifft ja den Style. Ja, dritte auch noch, würde ich sagen, sogar. Ja, da bin ich noch nicht wieder bei meinem Rewatch, aber ich könnte mir vorstellen, dass drei auch noch mega geil ist. Aber eins und zwei hab ich jetzt neulich wieder rewatched und ich muss sagen, die Farben sind so crispy. Weißt du, die Animationen sind genauso, wie sie sein müssen. Also es ist jetzt auch nicht so übertrieben, Sakuga. Aber es sieht immer mega geil aus. Das ist einfach ein perfekt screenshotbarer Anime. Weißt du, so typische Bones-Qualität. I love it. Generell, im ersten One-Shot, in den ersten zwei Folgen, kriegen wir auch All Might, unsere große Mentorenfigur für diese Serie. Ich weiß nicht, ist All Might sehr krass ikonisch eigentlich? Oder seht ihr das so, dass er eine legendäre Figur ist? Oder sagt ihr, außerhalb von My Hero Academia spielt der eigentlich keine Rolle? Das ist schwierig, weil ihr wisst, wie das mit Senseis sein kann. Und da fehlt natürlich noch eine große Komponente, die vielleicht noch kommen könnte. Ich weiß nicht, ob ich so diese ikonische Richtung gehe, aber ich find ihn jetzt schon sehr, sehr geil für die Serie an sich. Weil gerade das, was ihr natürlich wisst, was später kommt in seiner anderen Rolle, das, find ich, funktioniert fabelhaft, wunderbar. Ich liebe diese Momente, wenn er halt Deku so appreciatet, wenn er irgendwas Krasses einfällt, zum Beispiel das Bein-Meme. Das war aber ein cooler Moment. Ich find All Might ist schon einer der Top-Dier-Character für mich in My Hero. Also ich find ihn schon echt gut gemacht. Katha? Ja, also, so was außerhalb angeht, die Sache ist halt, wenn er in seiner Buff-Form ist, ist er ja mehr oder weniger so ein stereotypischer Superheld von seinem ganzen Look her. Und ich finde, dadurch geht ihm so ein bisschen was verloren, weil ich glaube, wenn man ihn halt irgendwie extern sieht, ohne dass man My Hero Academia erkennt, wird man jetzt irgendwie nicht so von ihm gecatcht werden. Im Manga selbst ist er definitiv auch in meiner Top-Figuren, gerade halt der Knochen-Mite, nicht der große Buff-Bus. Skinny-Mite. Ich weibe extreme Small-Mite. Und, ähm, keine Ahnung. Seitdem er quasi, da ja dann auch irgendwann länger stuck ist, drin, äh, keine Ahnung, ist einer meiner liebsten Sensei-Figuren auf jeden Fall. Mein Take dafür, dass er halt eine Ikone langsam oder geworden ist, wäre halt einmal dieser ganze Zeitpunkt während Staffel 3, während seines letzten Fightes. Weißt du, das war, das war ja überall auf Twitter, ne? Das war, hatte wirklich so, Son Goku braucht Energie für die Genki-Dama-mäßig-Vibes, so, weißt du, ganz Twitter hat ihn supported. Ähm, das ist halt das eine. Und das andere ist, er ist halt mega gut zitierbar, ne? Jeder kann dieses I am here so nachmachen. Watashi wa Kita. Genau, exakt das. Also, das ist ja wirklich ein Spruch, wenn du halt einmal in diesem Fandom drin bist, Alter, übernimmt es dich einfach. Es ist wie dieses Meme von diesem Kind und seiner Mutter und die Mutter sagt, geh nicht zu weit rein. Und dann kommst du halt als Buff All Might wieder zurück, so, weißt du? Es ist halt sehr, sehr ... Ich sag mal, für jüngere Kinder ist es, glaub ich, voll der Moment so, ich hätt gerne eine All Might-Spielzeugfigur oder so was, weißt du? Er ist total Merchandise-mäßig verkaufbar. Ähm, generell, ähm, gibt es ja zwei große Kontroversen, über die sich dieses Fandom bis heute nicht wirklich einig ist, ob das gute Sachen oder schlechte Sachen sind. Nämlich, da wäre einmal die Nummer, dass Deku am Ende von Folge 2, am Ende des One-Shot-Test sagt, dies ist die Geschichte, wie ich der größte Held aller Zeiten werde. Was in mehrerer Hinsicht so ein bisschen die Dynamik aus dieser Serie rausnehmen kann, weil du genau weißt, okay, Isoku muss die Nummer 1 auf der Welt werden, und vorher wird diese Serie nicht enden. Das bedeutet, du weißt schon mal, irgendwie, keine Ahnung, er wird niemals beide Beine verlieren oder so was. Also, er ist relativ selten. Und das andere ist natürlich diese große Entscheidung, All Might gibt, ähm, Deku seine Fähigkeiten. Und was natürlich storymäßig später relevant wird, aber ich erinnere mich, dass in den ersten paar Jahren das von voll vielen kritisiert wurde, aller, äh, das wäre so eine so viel bessere Geschichte, wenn Deku von alleine irgendwie sich als Superheld durchsetzen würde, so Batman-mäßig, ohne Superkräfte und so. Jetzt mal so in diesem ganzen Kontext, wo wir ja auch wissen, wo die Story hingeht und so, ne? Gibt's irgendeinen dieser zwei Punkte, der sich im Nachhinein als schlecht herausgestellt hat für euch? Nee, ich würd sagen, nein. Ähm, das Erste mit diesem, ich werd der beste Held, ja, also natürlich hast du recht, es nimmt was raus, aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ist uns allen klar, dass er nicht die Beine verliert oder dass er irgendwann der Krasseste wird, so, das ist ja, das ist ja, äh, abzusehen. Vor allem, Hudi kann das ja benutzen und diese Aussage später nochmal anders auslegen, was dann auch nochmal Impact hätte, weil wenn du das dann 400 Kapitel noch was später machst, wär das schon cool. Also da ist noch so Luft nach oben, dass da was Cooles draus werden könnte. Ich find's ja so an sich nicht schön, aber das könnte nochmal, ähm, was, was, was nice werden. Und zu der Fähigkeit, ähm, also ich, auch mit dem heutigen Stand im Blick, ich fand's damals schon so, das ein bisschen weird mit diesem, mit diesem Take, dass das so schlimm ist, weil ja, ich, ich mag mir auch meinen Underdog-Charakter, aber, wie, ich hab's ja eben erwähnt, das funktioniert ja nur, weil's Deko ist. So, nur weil's Deko ist, funktioniert das ja so gut und das, das hat das, die Seele eigentlich immer so getragen und ich fand das nicht irgendwie so, ähm, undeserving. Ich fand nur, später gab's einen Punkt, wo's an der, an der Schwelle war, dass das mega shitty werden könnte, aber da hat Hudi richtig gut die Kurve bekommen und ich find bis heute ist das eigentlich ein, etwas anderes, muss nicht jeder mögen, aber ein gutes System, wenn man das so sagen kann, für, für den Hauptcharakter. Also, ich find, das hat der Seele mehr gegeben als genommen. Mhm, Katja? Ja, also bei, dieses, die Geschichte, wie ich der größte Held werde, Leute, habt ihr schon mal einen Showen gelesen? Was, was glaubt ihr, was mit dem Protagonisten passiert, guys? Also, und ich find halt auch, ähm, eigentlich, wie du's schon gesagt hast, das ist halt so, es ist auslegbar, er kann ja auch der größte Held werden und kurz danach sterben oder so. Also, self-sacrifice und so was steckt ja alles noch drin. Äh, insofern find ich das, dass das jetzt irgendwie nichts vorweggenommen hat. Es war nur so, ah, okay, wir haben jetzt uns das Ziel gesetzt und der Weg ist das Ziel. Und, ähm, da hatte ich schon Bock drauf. Und ich mein, ganz ehrlich, wie stellen sich die Leute vor, wie lange Deku eigentlich in dieser Klasse durchgekommen wär ohne Quirk? Weil, de facto, ist er ja super lange semi-Quirkless. Er kann ja nur dann irgendwie seinen kleinen Finger einmal benutzen und dann ist sein Finger gebrochen. Deswegen find ich das halt irgendwie so weird, dass sich Leute daran so gestört haben, weil da musste er halt mit lernen, mit dieser Fähigkeit umzugehen. Aber ich finde, es würde auch der Message, also die Message vom MHA ist ja, niemand ist gleich geboren und es wär ja irgendwie dumm dann, wenn er mit seinen puren Anstrengungen dann das irgendwie ausgleichen könnte, wenn ja eine Sache ist, er brauchte diesen Quirk, sonst hätte er das nicht machen können. Also, das steckt ja schon so ein bisschen im Text der Serie mit drin. Dass er was braucht. Das ist so ein Ding. Ich hab das Gefühl, My Hero Academia mehr als jede andere schonend Serie so, er weckt den Leuten so diesen Pseudokritiker, der glaubt, er alles besser zu verstehen oder er wüsste, als wäre er so ein Bakuman-Editor und er wüsste, wie er diese Serie retten kann, obwohl sich diese Serie wie blöd verkauft und dauernd Kinofilme rausbringt, die auch wie blöd Tickets verkaufen und so. Mein Punkt zu dieser ganzen Deku-Sache ist ja eigentlich nur, wenn Leute, und das verstehe ich halt wirklich nicht bei Leuten, wenn es euer Ding ist, ihr wollt irgendwie einen Protagonisten haben, der in so einer Superhelden-Schule ist und er ist der einzige normale Mensch, aber er soll nicht auffallen und so, es gibt ja bereits Serien, die genau das sind. Sogar in der Show in den Jump, es gab MX Zero. Es war genau das, was Leute von Deku halt die ganze Zeit wollten. Das war ein normaler Typ an der Schule, wo alle Leute außer ihm Superfähigkeiten hatten. Und ich denk mir so, ja, lest doch das oder sorgt dafür, dass diese Klassiker irgendwie einen Remake bekommen oder so, in dem ihr ein bisschen mehr Aufsehen erzeugt. Aber zu sagen, My Hero Academia wäre dann besser als eine gute, gut laufende Version hiervon, ist halt ein bisschen sehr, sehr merkwürdig. Eigentlich hat Hoji auch mit offenen Karten gespielt, weil normalerweise ist der Move, seinen Pro-Tag in die Serie zu ballern und er ist 400 Kilometer später oder sozusagen, ja übrigens, er hat die und die Kräfte und die und die Kräfte, wie das eigentlich immer der Fall ist. Genau. Ich meine, noch ist das nicht ausgeschlossen, dass auch bei Deku noch ein paar Sachen rauskommen, gerade was mit seinen Eltern-Quarks und so weiter angeht. Äh, stimmt. Da kann ja noch einiges passieren. Was ich noch aufgreifen wollte, bevor wir zum nächsten Teil übergehen, wo Deku die ganze Fähigkeit trainieren muss und so. Der Anfang besteht ja aus All Might, Deku und Bakugo. Und gerade diese Beziehung zwischen Bakugo und Deku ist ja super, super wichtig, weil ohne Spaß, seit Folge 1, wurde Bakugo aus irgendeinem Grund dauernd mit Sasuke verglichen. Und ich dachte mir halt so, boah, die könnten nicht unterschiedlicher sein. Das ist das eine. So von wegen, auch später, wenn Bakugo entführt wird und alle dachten, okay, das ist ein Sasuke-Retrieval-Ark und so weiter. Das dachte ich aber auch, da war es richtig schließlich. Das ist das eine, aber es gibt auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt, was auch Bakugos Charakter sehr kontrovers macht. Und zwar, Bakugo hat ja Deku in der Schule gemobbt und zwar richtig heftig. Und dann gibt's auch diese Szene, ich glaub, es ist in Folge 1, wo er ihm sogar dazu rät, Selbstmord zu begehen, damit er irgendwann im nächsten Leben als jemand mit Quirk wiedergeboren wird. Und es gibt sehr viele Leute, die dann halt sagen, okay, das ist der Grund, warum ich niemals mit Bakugo viben kann und ich kann ihm niemals verzeihen, was der Deku angetan hat. Was ich immer so, ich kann zwar verstehen, aber immer ein bisschen weird fand, weil Deku hat ihm verziehen. Also wer sind wir, dass wir ihm nicht verzeihen können. Aber dieses ganze Bakugo-Deku-Ding, meint ihr, das ist, diese ganze Dynamik zwischen den Beinen hat ein bisschen zu lange gedauert, bis sie sich ja irgendwie wieder in so eine konstruktive, positive Richtung entwickelt hat. Weil im Anime deutet es sich so langsam an, dass die zwei wirklich cool miteinander werden. Im Manga gab es diese große Szene, wo Bakugo sich entschuldigt hat und so. Findet ihr dieses ganze Drama zwischen denen eigentlich so gut für die Serie, gut für die Dynamik der zwei? Oder sagt ihr, nein, man, ich bin over it. Das hätte so schnell wie möglich hinter uns gebracht werden können. Wie seht ihr es? Schwierig. Ich bin eher jemand, der Todoroki-Family-Plot mehr appreciatet, als diese ganze Bakugo-Kiste. Weil ich Bakugo eigentlich cool finde, gerade auch, wie gesagt, diese eine Schnittstelle mit dem Sasuke-Entführungsding, wo man gedacht hat, okay, schieß dich jetzt den an. Oder das war im Raum, die Angst, die Sorge, was auch immer. Und er dann meinte, yo, ich will der Nummer 1-Held werden, geh mal weg. Das war ein big Moment für Bakugo. Mir geht es weniger um Bakugo, den Charakter an sich. Mir geht es immer mehr ein bisschen um, wie Hori das Ganze strukturiert, weil Deko im Laufe der Serie immer stärker und stärker wird. Und bei Bakugo ist es immer so ein bisschen schwierig, dass er als Rivale noch glaubwürdig ist, was er ja auch eigentlich nicht wirklich ist. Bakugo ist ein bisschen was anderes und ich will da nicht diese Power-Level-Debatte auspacken, aber das ist für mich persönlich einfach manchmal sowas, weil, wieso Bakugo für mich ein bisschen so, nicht Sympathie-Punkte, aber, ich habe ein bisschen das Interesse verloren an dieser Dynamik. Aber gerade, wann fängt das an? Staffel 4 oder 5, glaube ich. Da fängt die, da fängt diese ganze Dynamik zwischen den beiden nochmal ganz, ganz anders an und das finde ich wieder cool und ich finde Bakugo aktuell hier und jetzt, wie es dann später noch wird, ist in einer, ist in einer sehr, sehr coolen, anderen Rolle und das appreciate ich an ihn auf jeden Fall. Kata, sollte man Teenagern vergeben? Nein, jeder, jeder, der mit 12, 14, 15 jemanden gemobbt hat, ist eine böse Person und gehört ins Gefängnis für immer und ewig. Nein, Mann, also, hier ist die Sache, ich möchte so einmal Eingang sagen, so, ich mochte Bakugo von Tag 1 an und das bin ich, das ist weird, I know, aber, ich muss auch sagen, es ist nicht gleich, ich finde seine Taten gut oder ich fand ihn als Person sympathisch. Ich glaube, mit so einem echten Balk könnte ich gar nichts anfangen, aber wir reden hier über den Charakter, okay? Ähm, ich finde, und mal gucken, ob das durch diese Podcast dann durchgeht, dass Bakugo für mich persönlich zumindest Single Best Written Charakter ist mit seiner Charakter-Arc. Oh, krass. Gerade, also ich habe nur einen anderen Contender dafür und der kommt aus der Todoroki-Familie und da kann ich schon direkt sagen, aber ich finde an sich die Todoroki-Familie uninteressanter, also haben wir schon mal zwei unterschiedliche Parteien hier drin, aber ich finde, gerade, dass es so Slow-Burning ist, macht es so gut, weil ich finde, Hori hat es richtig gut bei diesem Charakter hingekriegt, dass er immer so Schritt für Schritt seinen Fortschritt zeigt und sehr subtil. Halt so, dass sowohl Leser als auch andere Figuren in der Serie das erst gar nicht mitbekommen, aber die Zeichen waren von Anfang an da, dass es dahin geht, wo es jetzt war. Und ich hatte auch gar keine Angst, dass er zu den Bösen überwechselt, weil ich war nur so, das wäre Fallout-of-Character für den, was glaubt ihr, was der macht? Und er hat gemacht, was ich dachte. Also, Trotzdem Angst, tut mir leid. Ja, ich habe halt schon so gedacht, das ist so Subversion von dem Sasuke-Ding, das habe ich mir schon so gedacht, weil das hat Riech total oft gemacht. Das war ja quasi Make-or-Break. Ja. Wenn du so sagen möchtest. Genau. Katja, aber wie nimmst du in Schutz, wenn ich sage, ein großes Problem mit Bakugou nach Folge 2, weil ich würde sagen, One-Shot-Bakugou ist noch einen Ticken ein bisschen anders als der Rest von Bakugou, den wir sehen. Also wirklich Nachfolge 2, gerade die Anime-Version, die löst bei mir eben so ein bisschen PTSD aus, weißt du, wegen dem ganzen Rumgebrülle und so. Und wie nimmst du das in Schutz? Also wie kannst du diesen Typen ertragen? Okay, here's the thing. Ähm, ich finde tatsächlich, dass sein Voice-Acting im Anime ein bisschen fehl-directed ist. Weil wenn ich den Manga lese, habe ich nie im Kopf, dass er immer diese 100% in der Stimme geht. Und das ist irgendwo controversial, weil das sind die Leute vom Anime und Hori war da bestimmt bis zu einem gewissen Grad auch drin involviert. Also ist es ja irgendwie die Canon-Version. Aber wenn ich es halt lese, habe ich nicht im Kopf, dass er quasi die ganze Zeit bei plus 100 dB ist oder so, sondern ich habe halt im Kopf, dass da so Wellen drin sind und das fehlt mir ein bisschen. Also ich kann es vollkommen verstehen, wenn man seine Anime-Version nervig findet, weil man dieses Geschrei nicht mehr abkann. Weil ich kriege davon tatsächlich auch langsam PTSD. Das geht langsam nicht mehr klar. Aber deswegen bin ich auch inzwischen mehr Fan vom Manga, weil ich da meine Lesung von dem Charakter habe, wo er mir nicht das Trommelfell kaputt schreit. Es ist vor allem voll krass, wenn man ihn in Folge 1 sieht und da schreit er noch nicht rum. Ja! Denn er spricht halt auf diese bedrohliche Art, wenn er Isoku mobbt. Also das ist wirklich nun mal ein ganz anderer Bakugo. Ja, und ich hoffe so ein bisschen, dass das mit dem Schreien jetzt im Anime zurückgeht, weil ich finde, der aktuelle Bakugo wirkt nicht mehr wie dieser Schrei-Hals. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass das weiter reingeforst wird, weil es iconic ist. I guess. I don't know. Ja, schwierig, schwierig. Bakugos schleine Stimme ist more iconic than Kamen. Das stimmt, Mann. Ja, genau. Wir brauchen dieses größere Zeichen. Der nächste Teil von My Hero Academia ist der Trainingsarc oder der Prüfungsteil. Und zwar, All Might möchte Isoku seine Fähigkeiten geben. Die berühmte Szene, wenn er sagt, ist das, mit dem H und so weiter. Davor braucht es aber mehrere Monate, in denen Isoku seinen Körper auf Vordermann bringen soll. Wir kriegen mit, wie Isoku den gesamten Strand bei sich in der Nähe sauber macht, weil All Might auch meinte, das ist die eigentliche Essenz eines Helden. Helden haben früher so öffentliche Arbeit gemacht und so wirst du starten. Und dann hast du auch diese Szene am Strand, wo er muskulös rumschreit, totaler schonen Jump-Moment. Mega, mega geil. Und dann hast du halt diese ganze Prüfung, wo wir erst mal Ida und Ochako kennenlernen, glaube ich, vom Cast und den Rest gar nicht so sehr im Fokus haben. Ich glaube, Dingens Aoyama sieht man da auch noch. Und dann hast du halt diesen anderen zweiten You Say Run-Moment, wenn Isoku Ochako rettet und dann diesen legendären Punch hat, wirklich der One-Punch-Man-Qualitäten hat und dann kommt der halt über Umwege in die Prüfung rein. Ich muss sagen, das ist ein Teil, den ich sehr mag. Das hat mir damals so gezeigt, My Hero Academia macht schon sehr früh etwas richtig und zwar Trainings-Arcs nicht zu lang hinaus zu zögern, aber sie auch nicht komplett zu skippen, weil wir sehen halt, wie viel Arbeit er in diese ganze Sache reinsteckt und dann wird auch diese ganze Nummer mit, er bekommt die Fähigkeiten von All Might relativ, also wirklich relativiert, weil du siehst halt, wie er sich das verdient, weil vorher klar ist, wenn du nicht bereit bist, wird dich diese Kraft zerstören und ich mochte das immer sehr. Ab dem Moment war es eigentlich für mich vorbei, dass ich hinterfragt habe, ob es eine gute Entscheidung ist, dass er jetzt diese Fähigkeiten von All Might bekommt, aber habt ihr zu diesem Teil, zur Prüfungsphase irgendwas an Gefühlen? Ja, ich fand das sehr, sehr cool, so, dass Ida da war, ist halt so ein kleiner Downer gewesen, aber nimmt man da den Kauf. Und dann was? Ich mag das nicht. Das wird sich doch herausstellen. Raffi heißt alle Figuren, die Brillen haben, weil sie an ihn erinnern. Nee, 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 nee. Ey, ich support immer noch Gohan, Bro, und du weißt, wie schwer es ist. Anyways, also ich fand diese Szene am Strand auch sehr, sehr cool, wie du sagst, typischer Jump-Moment, aber es war halt cool. Es war halt einfach cool, muss man so sagen. Und, ähm, ja, ich weiß auch ganz enorm, im Anime war das richtig gut gemacht, wie er da diese erste Prüfung hat und diesen Roboter so gesmasht hat und dann ist er so runtergefallen, sein Arm war, ähm, verletzt. So, ich fand diese Passage sehr, sehr cool und auch, ich meine ja noch zu wissen, ich nehme es zwar vorweg, aber danach hat er ja bestanden, weil er hatte Ochako gerettet und sie hat Punkte abgegeben oder so? War das nicht irgendwie so? Sie wollte Punkte abgeben, aber All Might hat gesagt, es gab Rescue Points, die von Richtern vergeben werden. Ja, allein das, das fand ich echt cool, dass das noch so gelöst worden ist, dass er alles verkackt hat, aber trotzdem gewonnen hat, mäßig. Was meint ihr, wer waren diese Hater, die ihm keine zehn Punkte gegeben haben? War das Eiser, war wohl? Ja, safe. So ein Hater, Alter, aber ja, Katja, ist aus diesem Teil irgendwas für dich ikonisch, weil ich persönlich mag die Szene, wenn Bakugo und er zu dieser Prüfung gehen und wir diesen Mini-Flashback bekommen, wo sich Deku gegen Bakugo, wer ihm nochmal ausreden will, zu UA zu gehen. Ja, das ist, es wird so nochmal schön reingehauen, wie toxisch diese ehemalige Freundschaft ist, weil, das ist auch so sein, die Obsession von Bakugo nochmal unterschreit, er wollte der Einzige sein, der von dieser Low-Class-Schule auf diese Elite-Schule geht und das hat ihm Deku kaputt gemacht, also, das fand ich ganz nice, ich fand auch nice, dass sie dann eigentlich relativ chill dann auch in der Ansage nebeneinander saßen und, ähm, ja, bei Ida muss ich sagen, ich mochte Ida am Anfang und dann hab ich ihn kurz disliked und dann ist er quasi irrelevant geworden, ähm, aber ich fand, aber ich find, Ida hat einen, hat einen guten Start zumindest hingelegt und, äh, ich mochte Ochako von Anfang an. Das wollte ich nämlich sagen, zwei Dinge, auf die ich eingeben will, erstens Ochako, das Ding ist ja, sie ist ja the main heroine dieser Serie, ne, sie ist das wichtigste Mädchen und über Horikoshi und die Mädels in Mahiwa Akadema müssen wir vielleicht Richtung Staffel 2 mehr reden, wenn, äh, das Sportfestival ansteht, aber erst einmal, ihr Design ist peak, ich liebe es, also, so ultra cute, äh, ohne, dass es irgendwie unrealistisch aussieht, das mag ich, glaube ich, an Ochako an den meisten, sie sieht halt wie ein, in Anführungszeichen, echtes Mädchen aus, sie hat keine grünen Haare wie Isuku, sie könnte halt wirklich ein realer Mensch sein, aber es passt noch in diese knuffige My Hero Academia Ästhetik und ihre Fähigkeit ist eigentlich auch geil mit dem ganzen schwere Los-Ding und so weiter, in der Hinsicht eigentlich super, super peak und ich war auch ein großer Fan davon, dass wenn sie ihre Fähigkeiten zu viel einset, dass sie kotzen muss, das hat ja, glaube ich, bis Staffel 3 eingehalten, bis sie in diesem, äh, Wald trainieren und so und ich wünschte, dass das halt irgendwie noch eine präsentere Note in dieser Serie wäre, von wegen, je krasser Ochako wird und sie müsste dann richtig, richtig krass, krass werden, desto mehr übergibt sie sich, weißt du, dass dieses Cute von ihr mit diesem Kotzen wieder ausgeglichen wird, das wäre eine coole Subversion irgendwie gewesen für mich. Ähm, ich weiß, ich mochte sie eigentlich auch von Anfang an, aber für mich ist es echt so ein, so ein Drift, dass mir es immer egaler mit ihr wurde und es ist mir wirklich, jetzt ist es auch wirklich der Charakter mir komplett egal, ich wüsste auch nicht, in den letzten Arks ist mir nichts irgendwie im Kopf geblieben, was irgendwie krass mit ihr war, wobei, also in Staffel 2 werde ich sie sehr viel loben, weil da hat sie einen sehr starken Kampf gehabt, aber, ähm, ja, ich kann nur sagen, ich mochte sie von Anfang an, so wie du, aber danach ist mir es eigentlich irgendwie egal geworden. Also in den letzten Manga-Arks gab es zwei, drei Momente. Ja, ich weiß, was du meinst, aber das ist, das ist so nicht das, was ich dachte, was der Charakter maybe sein könnte, so. Es ist auf jeden Fall nicht dasselbe wie bei den Jungs, also es gibt hier eindeutig irgendwann ein Main-Trio, das sich herausbilden wird mit Todoroki und Bakugou und Deku und es ist halt schade, dass der Rest der Klasse da nicht so wirklich mithalten kann und ich weiß halt nicht, warum dieses Klassensetting dann insofern überhaupt nötig war, wenn nicht jeder von denen irgendwo relevant wird, weil ich dachte vorher, Horikoshi nimmt dieses Klassensetting und er nimmt halt diese Highschool-Struktur mit den drei Jahren und drei, was sind das, drei Trimester, glaube ich, für ein Schuljahr. Ich dachte halt, dass dann in jedem Trimester halt ein neuer Mitschüler irgendwie relevanter wird und mit jedem neuen Jahr, bis wir halt am Ende der Highschool-Zeit, wenn My Hero Academia dann wirklich abgeschlossen ist, jeden einmal im Fokus hatten. Weißt du, du hast deinen Kirishima-Ark, du hast deinen Momo-Ark, du hast deinen Mina-Ark und so weiter. Du hast es ja irgendwo auch so, wie du sagst, aber ich glaube einfach, er hat das nicht so gut executed so. Ich glaube, das, was man sich vielleicht vorgestellt hat als Naruto als Beispiel mit den ganzen Konoha-11 oder 12 Leuten, dass er das dann mit der Klasse halt so macht und du hast es auch, du hast ja mit Kirishima oder Tokayami, hast du ja Momente, aber ich weiß ganz genau, was du meinst und ich finde auch, ich finde auch, es ist eher, es gibt coole Momente, aber es ist eher ein Miss und ich finde, er hätte viel, viel, viel früher schon das einfallen lassen sollen. Einfach, okay, ich habe es versucht, hat nicht geklappt, let's make the deep shit. Es ist nicht schlimm, aber ich glaube, es hätte in der Serie viel, 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 viel mehr geholfen. Ja, also, für mich ist es auch, ich finde es vor allem sehr schade, weil ich eigentlich finde, dass er sehr viele coole Charaktere da drin hat und er kann auch, also ich finde Dialog, Writing und die Dynamik in der Klasse an sich super. Meine These ist, was ihm gefehlt hat, war noch eine Antiperson in der Klasse, die glaube ich am Anfang Todoroki werben sollte, dessen Charakterisierung ist dann aber nach der zweiten Staffel woanders hingegriftet und es fehlte halt irgendwie noch so ein Bakugo, irgendwie noch jemand, der mit anderen Leuten in der Klasse anneckt, weil an sich hat diese Klasse sich viel zu gern. Es gibt niemanden, der sich hasst, außer Bakugo, weil du am Anfang alle hasst und das wird dann auch irgendwann so relativiert. Also ich denke, da war das Problem, dass er halt da innerlich keinen Konflikt drin hatte und dann hatte er auch nichts, womit er arbeiten konnte. Es ist halt irgendwie keine realistische Schulklasse, das auf jeden Fall nicht, weil ich weiß jetzt nicht, wie die Klassengröße in Japan normalerweise so 20 da normal ist, aber es hätte mindestens zwei, drei Außenseite in dieser Klasse geben müssen und es ist halt krass, dass eigentlich Bakugo der größte Außenseiter in dieser Klasse ist. Er und Mineta wahrscheinlich. Und das ist halt krass, dass Bakugo und Mineta in irgendeiner Weise auf derselben Stufe sind. Aber so ist es halt eigentlich. Selbst der Typ, der den Rahmen als Kopf hat, hat mehr Friends. Hey, dabei bin ich ein großer Tokoyami-Hater. Das ist echt krass. Er ist das, was für mich, was für dich Ida ist. Ich finde dich total overhyped, bis zum Geht nicht mehr. Ähm, ja, die ganze Prüfung geht vorbei und so weiter. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo halt das School Life beginnt mit verschiedenen Schulprüfungen, ne, ob Deko jetzt diesen einen Ball hochwerfen kann und diese anderen Schulsportübungen, ne, wir kriegen Eisawa mit, der ist ja eine Kakashi-Kopie, was weiß ich. Und das Ganze läuft dann halt auf diese Teamkämpfe hinaus, ne, Villains gegen Heroes und so weiter, wo wir eben Bakugou gegen Deko-Fight bekommen. Aber dieser School Life-Arc, nenne ich ihn mal, so zwei Folgen sind es, glaube ich. Wie findet ihr den? Naja, ich will übrigens mal erwähnen, was mir eben schon aufgefallen ist, wir haben einfach komplett, also wirklich komplett geskippt diese eine Szene mit Dekos Mutter, wo er geheult hat, die war voll, also ich fand sie voll touching. Das war einer der Hochpunkte für mich, die haben wir komplett überskippt. Das Ding ist, ich hatte im Kopf diese Szene, wo er sich von seiner Mutter in seiner Uniform verabschiedet, aber ich fand das halt, okay, ist halt passiert. Aber nice, Raffi hat ein Herz. Nein, nein, ich meine, wo der kleine Deku hat keine Kräfte und dann sagt, der kann nicht auch so werden wie der, so weißt du, die Szene meintest du. Ja, weil die hat mich schon sehr, sehr, sehr krass gehockt. Ja, und die ist auch relevant. ich finde, das Internet hat das für mich ruiniert, Alter. Ich sehe halt diesen kleinen Jungen, der auf diesem Bildschirm zeigt und ich habe da schon die abartigsten Sachen gesehen, deswegen bei mir funktioniert das einfach nicht mehr. Ja, ich finde, das ist halt insofern wichtig, weil da kommt ja diese Line vor, ich wollte, dass du in dem Moment sagst und das war schon eine Power-Filme, die später auch in einem ganz anderen Kontext wieder auftaucht. Ja, stimmt, das war auch big, fand ich auch gut. Ja, Mann. Ne, aber das Schul-Arc, also zu dem Punkt finde ich das auch noch cool, so diese Dynamiken, dieses Slice-of-Life-mäßige, auch da am Sportplatz, so, da sieht man die Kräfte zum ersten Mal und nicht zum achtzigsten Mal, wenn die Kräfte erklärt, hier ist es noch cool, finde ich. Ne, aber, keine Ahnung, ich war ja anfangs sehr von dieser Mahiru-Magie irgendwie so gefangen, dass man diese Schule hat, dann hat man die Outfits gesehen, dann haben sie so gekämpft, ich fand das schon zu Anfang sehr, 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 sehr cool, also es hat mir sehr gefallen. Okay, dann stelle ich hier die Frage, ich habe voll oft, und ich fühle das nicht, aber vielleicht seht ihr hier das anders, ich habe voll oft gehört, die erste Staffel hätte ein sehr langsames Pacing. Ist das die Stelle, die die Leute meinen? Aber ich sage dir, ich sage dir, das ist interessant, weil ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass die erste Staffel rauskam und das wirklich jeder gefeiert hat und mittlerweile jetzt irgendwie durch die Zeit, weil man auch anderes gesehen hat, wirkt diese erste Staffel nicht mehr so krass, aber ich bin mir noch sicher im Kopf zu haben, dass diese erste Staffel gedroppt ist und das eigentlich fast alle übertrieben geil fanden. Ja, war es auch so, ja. Deswegen, ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht ist es jetzt, weil es so viel mehr gibt, weil Anime heutzutage noch schneller rein starten, keine Ahnung, Ja, ich verstehe, was du meinst, weil das ist ja die normale Entwicklung, dass wenn du, je mehr du konsumierst, ein besseres Auge dafür bekommst, was vielleicht eher nicht so gut ist oder ein bisschen langsam oder verfehlt und so, aber ich habe halt wirklich fast jede schonen Jump-Serie gesehen, ich habe noch mehr schonen allgemein gesehen und jetzt, wo ich das nochmal gerewatcht habe, dachte ich so, nein, Alter, das Pacing ist übertrieben schnell, in jeder Folge kommt was Neues in Staffel 1, Alter. Also es gibt hier wirklich nichts außer diesem ganzen USJ-Teil mit Shigaraki, es gibt hier nichts, was sich länger als eine Folge hinzieht, weißt du, deswegen verstehe ich nicht genau, also ich könnte es noch unterschreiben, wenn man sagt, es war nicht so gut, den One-Shot in zwei Folgen aufzuteilen, weil das fühle ich auch, ich finde, Folge 2 ist deutlich geiler als Folge 1, aber ich sehe halt nicht, wo ich hier das langsame Pacing sein soll, weil es zieht sich halt nichts in die Länge, was ist es? kein Plan, weil ich finde auch, dass das eigentlich so noch schneller und es ist Jujutsu Kaisen, schnell und dann bin ich raus. Also ich finde, es ist eigentlich richtig gut paced und deswegen ist ja auch die Trainingsarge so kurz, damit du in die Aufnahmeprüfung kommst, damit du dann zu dem ersten Bakugou vs. Deku kommst, was ja auch immer so ein richtig nicer Moment ist und wichtige Sachen drin hat und I don't know, was soll man da schneller machen, noch schneller und das Pacing ist kaputt, meiner Meinung nach, weil du dann nicht den wichtigen Sachen Zeit nimmst. Also keine Ahnung. Ich glaube, Leute sind halt glaube ich so plot-driven, dass sie halt diese Momente, wo die Figuren einfach untereinander sind und das nicht zum Hauptplot dazuträgt, irgendwie als langsam oder manchmal sogar fälschlicherweise als Filler ansehen. Ich glaube einfach, weil die, das ist vielleicht so auch jetzt im Nachhinein nochmal betrachtet, weil die einfach die ganze 12 Folgen in der Schule sind, was die natürlich immer sind, weil es ist My Hero Academia, ich verstehe schon, aber weil die halt hier nur wirklich Schule sind, dann wird angegriffen und so und dann im Nachhinein denke ich so, boah, das waren 12 Folgen, voll krass. Aber ja, ich weiß, ich sehe das ja so wie ihr, so vom Pacing, war das angenehm, weil wie du sagst, es ist immer was Neues passiert, du hast ja die Kämpfe gehabt, du hast dann, ich weiß gar nicht, was war nochmal vorher, vor dem USJ-Angriff? Vor USJ? Nach dem Kampf von Bakugou und Deku und vor dem Angriff. Da hast du dieses Kräftemessen, wo Deku den Ball nur mit seinem kleinen Finger wegwirft, damit Aizawa sich noch davor, noch vor dem Kampf. Erst passiert das, dann sehen wir auch die anderen, wie sie sich bei sportlichen Übungen so anstellen, dann geht es aber zu diesen Gruppenkämpfen, Willens gegen Heroes, also ne, von wegen Bakugou gegen Deku und so weiter und dann kriegen noch diese ganzen anderen Leute und gerade Dingens, gerade Todoroki macht voll die gute Figur, wo er so Terminator-mäßig auftaucht und danach nie wieder mit diesem rotglühenden Auge und so und dann hast du halt dieses Gespräch, wo Bakugou einsehen muss, dass er wirklich Scheiße gebaut hat, dass ihm die Worte von Momo nahe gegangen sind und wo er halt unter Tränen sagt, dass er nie wieder gegen Deku verlieren wird. Genau. Ja, und dann hast du noch die Szene, wo Ida zum Exit-Schild wird und das finde ich auch sehr piek. Ja, stimmt, wo der Schulsprecher oder Klassensprecher gewählt werden soll. Das sind halt so Sachen, die jetzt so gut funktionieren, finde ich, so. Aber ich finde, es gehört halt so zu einer Entwicklung von der Story dazu, dass man das Spiel anders macht und ich finde halt ab und an bei der Serie ist es halt so, dass solche Momente immer noch versucht werden in so voll plot-driven Arcs und das finde ich halt komisch. Aber hier funktioniert das, hier mag ich das. Ja, das fühle ich auf jeden Fall. Ich weiß, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil es so schon irgendwie sechs, sieben Jahre her ist, aber wisst ihr noch, ob irgendeiner aus der Klasse bei euch einen krassen Ersteindruck hinterlassen hat von den anderen, die nicht Deku oder Bakugou sind? Ich weiß nicht, hat euch Todoroki damals irgendwie geflasht? Come on, man. Er rappt diesen Zuko-Style, ist so voll der besondere Typ, also, ne? Den fand ich schon, ich fand den schon cool. Kakashi-Homie, also hier ist der Mezo Shoji, da hat man natürlich auch gedacht, irgendwann kommt sein Plotz, ich weiß nicht, war jetzt vielleicht nicht so am Start. Krishima ein bisschen, aber nicht wirklich sehr, aber ja, es war schon... Vier noch nicht, aber er hat später seinen Moment. Ja, safe auf jeden Fall, aber so erst eindruckmäßig, ne, sticht der, würde ich sagen, auch ein bisschen mehr heraus als, äh, als die anderen. Aber es ist, es ist schon mehr Todoroki gewesen auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich glaube, die Figur sogar, die am meisten mich geflasht hat, weil die Kombination aus Design und Quirk einfach so perfekt zusammengepasst hat und, äh, Heldenkostüm, äh, Ojiro, ne, mit dem Schwanz. Nein, es war... Nein, der ist zu normal, haha. Nein, es war Froppy. Also, ich dachte mir so, sie sieht aus wie ein Frosch, aber nicht zu sehr wie ein Frosch. Ihr Anzug ist super cool, ihre Fähigkeiten passen dazu, die Art, wie sie redet, ist super geil. Ich weiß nicht, ich bin so ein totaler Fan von ihrem Design. Ja. So, alles andere war mir total egal. Es gab noch im Manga diesen kleinen, äh, dieses kleine Bonus-Kapitel, wo man den Rest ihrer Familie sieht und so. Und das alles irgendwie in Kombination dachte ich mir, Froppy ist einfach pure Perfektion. Ich weiß es nicht. Ja, und ich meine, die war ja auch, die ist ja auch im Fandom total beliebt. Und ich glaube, das ist der Charakter, wo ich sage, so proportional Beliebtheit und tatsächlicher Inhalt in der Story sind ziemlich krass voneinander entfernt. Ja, ne? Ja, das stimmt. Das stimmt, ehrlich. Hattest du irgendwelche Leute, wo du gesagt hast, boah, in die stecke ich gerade Aktien rein, so, ich hab Hoffnung, dass aus denen was werden könnte? Ich meine, Shiro und Denki sehen aus, als kämen sie aus einer Band, was eine Ästhetik ist, wertschätzen kann. Ja, ich finde halt, das Problem ist, designtechnisch stechen halt so gewisse Leute davor, die halt auch dann danach meine Lieblingscharaktere so vom Weib sind, Jiro, Denki, Kirishima und so weiter. Aber die, also, Moment, über welchen Zeitraum reden wir jetzt? Jetzt nur dieses im Gebäude oder auch schon ... Ja, Season 1 generell, auch USJ dann. Ja, okay, ja, dann ist Kirishima, Denki und Jiro, weil die haben da ja auch so eine kleine Szene, die ich eigentlich ganz nice fand. Und mir ist was bei Momo aufgefallen, was mich richtig sad gemacht hat. Im USJ gibt es die Szene, wo Manga ihre Brüste mit den Sprechblasen verdeckt sind und Jiro ist so voll so, boah, dein Shirt ist voll zerfetzt und sie kümmert's null. Und das ist so out of character, weil sie danach ja auch immer flastert ist. Was mein Hauptkritikpunkt ist, dass Momo nicht mehr so semi-sexualisiert ist, sondern dass es sie halt auch persönlich stört. Und ich bin so, warum ist das nicht Teil ihrer Charakterisierung, dass es ihr einfach egal ist, wie sie rumläuft? Das hätte schon so viel besser gemacht. Ach, stimmt. Ich weiß noch, dass ihr Kostüm damals ein bisschen kontrovers war. Wobei, ich meine, es gab wenigstens diese Kojima-mäßige Ausrede von wegen ihrer Gegenstände, die sie erzeugt, kommen aus ihrem Körper. Deswegen darf sie nicht so viele Klamotten haben, was irgendwo Sinn ergibt. Gerade so, dass es noch irgendwie funktioniert. Aber ja, ich hab da ehrlich gesagt, zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch gar keine Momo-Aktion, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich dachte mir nur so, ich find den Vogeltypen richtig dumm, weil wir haben schon eine Froschperle, die ist cool. Wozu brauch ich einen echten Vogel? So generell, diese Tierwesen in My Hero Academia, die kriegen ja noch mal ihren eigenen Plot, wenn er nicht gerade aus dem Anime rausgestrichen wird. Aber hier hab ich das noch null gefühlt. Ich fand das eher ein bisschen weird, ehrlich gesagt. Es ist einfach krass, dass dieser komische Steinkopf-Koji-Koda oder wie auch immer der heißt, ich hab das Gefühl, wenn du in Staffel 1 und Staffel 6 guckst, kannst du gleich über den Charakter reden. Exakt, aber manchmal ist es so, manchmal gibt es in der Klasse keine krassen Leute, aber ich denk mir, wie zum Teufel hat der es in diese Klasse reingeschafft und nicht jemand anderes mit heftigeren Fähigkeiten. Ja, ne? Es ist wirklich so. Aber ey, ich meine, wir müssen an der Stelle auch respektieren, Uri Koshi hat es geschafft, dass es Leute horny für eine Figur sind, die man nicht sehen kann. Also wie auch immer er das geschafft hat, das ist einfach eine Meisterleistung, einfach nur mit Handschuhen. Apropos horny, ich hab ganz vergessen, Mina ist auch ein cooles Design, die ist auch rausgestochen. Konnte ich Mina vergessen. Ich hab das Gefühl, Mina kommt noch ein bisschen zu kurz. Es gibt diese Szene, wenn sie und Aoyama sind es, glaube ich, als Team in diese Helden-gegen-Schurken-Prüfung reingehen und dann siehst du halt, wie sie irgendwie Spaß dabei hat, irgendwelche Sachen rumzuspritzen, aber so viel kriegt man von ihr in Staffel 1 nicht mit. Was übrigens auch mein größer Kritikpunkt an dieser Serie insgesamt ist, ich finde, Mina bietet sich so krass dafür an, viel, viel präsenter in dieser Serie zu sein. Gerade wenn du auch Richtung Kirishima-Flashback später denkst, wo du siehst, dass sie schon voll früh diese wirklich Qualitäten einer Heldin gehabt hat oder einer Top-Heldin und weil auch immer wieder betont wird, dass sie halt so physisch voll die Athletin ist und so und dann kriegst du in ihren eigenen, also in den eigenen Arcs, wo diese Klasse irgendwas zu tun hat, wie dieses Klasse-A gegen Klasse-B-Dingen, kriegst du halt kaum was von ihr mit. Also, es ist jetzt noch Manga-Only-Content, aber es gibt auch später einen Plot-Point, da habe ich ganz großen Beef mit Hori, weil sie einen potenziell geilen Moment hätte haben können und ihn nicht bekommt. Ja. Dieser erste Kampf zwischen Deku und Bakugou, ich weiß noch, dass der im Anime richtig, richtig geil war. Wirklich allein diese Szene, wo ihre Hände aufeinander clashen sollen, ist so geil Sakuga in dem Moment und natürlich dieser mega epische You Say Run Moment, wenn Deku seinen Schlag in einen Uppercut umändert, um die Decke über ihm zu schlagen. Das ist halt cool, das ist halt dieses schonende Ding, vor allem, weil er halt wusste, er kann diesen Kampf gegen Bakugou nicht gewinnen, aber er kann die Prüfung bestehen und ich habe ehrlich gesagt ein bisschen mehr davon sehen wollen, so mehr Szenen, wo Deku sich durch so eine Prüfung irgendwie durchmogeln muss, weil das hier und das Sportfestival sind glaube ich die letzten Male, wo Deku wirklich so nicht wirklich top in der Prüfung drin ist, weil du halt später nur Momente hast, wo er seinen Quirk irgendwie kontrollieren kann oder halt bei Klasse A gegen B, wo es sich herausstellt, dass er mehr Quirks hat und die rasten dann aus. Aber hiervon hätte ich gerne mehr gesehen, dieses wirklich, Deku muss sich durch das Schulleben im ersten Jahr irgendwie durchboxen. Ja, das ist das klassische Sport-Anime-Phänomen, in der ersten Klasse schon in der ersten Jahr alles rasieren. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das wäre cool gewesen. Ich mag auch, das habe ich ja eben gesagt, das ist ja so ein bisschen das, was Deku ausmacht, dass er halt mit so Ideenreichtum so das andere regelt, weil er weiß halt, ihm ist klar, ich kann jetzt nicht gegen den Bruder gewinnen, es geht nicht, ich bin zu schwach und das macht ihn ja so in dieser ersten Passage aus, aber ich glaube einfach, das hätte man nicht so lange aufrechthalten können, auch so von der Spannungskurve des Zuschauers, man hat sich ja dann irgendwann gewünscht, dass er das dann mehr hinkriegt. Ich weiß aber, was du meinst, 100 Prozent. Ich glaube, da hat Holi einfach so ein bisschen ungedacht und das dann anders aufgebaut, aber gerade hier, gerade hier sehr, sehr cool. Aber ich weiß, also ich finde, ich finde, ich finde Deku ist, Katha hat das gesagt, also Deku overhated so ein bisschen, ich finde, der hat echt gute Momente, hier hat er gute Momente, später hat er gute Momente, weiß ich nicht, aber ist cool, das ist auf jeden Fall dieser erste Clash. Ich glaube, das ist eine Qualität, die My Hero Academia hat, die viele andere Manga, sogar bessere Manga eben nicht haben ist, dass ich hier wirklich spüre, Horikoshi ist kein wirklich erfahrener Schreiber, beziehungsweise er ist in mehrerer Hinsicht ein bisschen unsicher, vielleicht wegen seinen vergangenen Werken, die geäxt wurden und so, aber du merkst halt in My Hero Academia, er probiert Dinge aus und er merkt dann irgendwann selber, wenn Sachen nicht funktionieren, das kommentiert er auch manchmal in diesen Bonus-Sachen, in den Manga-Volumes und so, dass er irgendwie sagt, okay, ich hatte eigentlich dieses und jenes vor, aber das hat nicht so richtig funktioniert oder dass du halt auch manchmal physisch merkst, okay, er hat gerade nicht die gesundheitliche Verfassung etwas zu Ende zu zeichnen oder so, aber ich respektiere das irgendwo, dass My Hero Academia nicht dieses glattgeleckte, wir gehen voll auf Erfolg aus, wir gehen jede mögliche Erfolgsformel irgendwie durch, die wir aus anderen Serien kennen, die dann fairerweise andere schonen, Serien, die so parallel dazu gelaufen sind, wie zum Beispiel Black Clover Air gemacht haben, also wirklich dieses konventionelle, wir wissen, was die Regeln eines erfolgreichen Shonen ist und wir ziehen das durch, weil Leute das mögen und Horikoshi versucht halt ein paar eigene Dinge und manche von denen gehen wirklich nach hinten los, meiner Meinung nach, aber ich respektiere das irgendwo, weißt du, es fühlt sich ein bisschen real an, in so einer großen Maschinerie Shonen Jump, fühlt er sich noch wie ein richtiger Mensch an, der auch mal Fehler machen kann. Ja. True. Ja, mega gut. Habt ihr irgendwelche Worte zu Aizawa? Fandet ihr, dass er eine Kakashi-Kopie ist? Wie steht ihr zu Aizawa generell? Ich kann sagen, für mich ist Aizawa eine der wenigen Dinge, wo ich sage, dass das Horikoshi Remix Naruto uns bewirtet ist. Wir haben ja schon hier Bakugo in Führung und so angesprochen und sind wir jetzt mal ehrlich, man sieht, also dieses Ganze, wir überprüfen die Fähigkeiten, wo er sagt, ja, ihr werdet durchfallen und dann sagt ihr, nein, ihr seid nicht durchgefallen. Und es ist halt eins zu eins aufgebaut, wie Kakashi vorgestellt wird, weil du hast halt in Naruto, hast du wie Iruka da sitzt und dieses Buch in der Hand hat, wo die Information drin steht, ach nein, er hat den Lehrer und der lässt immer alle durchfallen und eins zu eins dasselbe ist mit Ormeid. Ormeid sitzt an dem Tisch und hat dieses Buch in der Hand und drin steht, ja, übrigens, der schmeißt immer alle raus. Ähm, aber ich finde, Aizawa ist unik genug, dass ich sage, er ist halt diese, diese Art von Sense, also das ist dieser Sense-Charakter ähm, und er hat ein bisschen diese Vibes, aber ey, komm schon, der ist in diesem gelben Schlafsack und trinkt da dieses, also er hat einen ganz anderen Vibe. Das ist es halt. Naja, also gehe ich mit, klar, sehr, sehr inspiriert, selbst später noch, dieser, dieser Plot, der zurückkommt von Imo Mike, ist ja auch vielleicht so ein klein wenig, äh, Cash-mäßig orientiert, finde ich aber gar nicht so schlimm, ich bin ja generell so jemand, der, äh, das gar nicht so sehr verurteilt, wenn das und das, äh, vielleicht ein bisschen, ein bisschen ähnlich ist. Ich mag also aber ganz gerne eigentlich, also ich weiß nicht, vielleicht noch nicht so spontan, Top 10, Top 15 Charakter maybe, weil seine Fähigkeit ist halt cool, wie das eingesetzt wird, ist cool, äh, das mit Shinzo ist keine cool später, ähm, ich meine auch, dass er im letzten, ohne zu spoilern, im letzten, Manga-Act auch eine gute Kampfpassage hatte? Glaub ich das falsch im Kopf? Ich weiß nicht. Also eine relativ kurze auf jeden Fall, also er ist, aber er könnte noch einen Kampf bekommen. Ich mag auch immer diese, diese Sensei-Moments, die er hat, wenn er dann irgendwie Deko oder den anderen irgendwas, irgendwas droppt. Das war ja auch, glaube ich, im Overhaul-Arc ganz, ganz, äh, cool. Also ich hab eigentlich, ich hab, ich hab wirklich nichts Negatives zu Eisava zu sagen. Ich find den, ich find den eigentlich ganz nice für die Serie. Ja. Also Eisava ist auf jeden Fall der normalste Mensch in dieser Klasse, das kann ich irgendwie bezeugen. Äh, gerade als jemand, der auch mit Jugendlichen arbeitet und so, ich dachte mir so, ja man, ja, ey, Eisava ist ein normaler Mann. Also er ist wirklich ein normaler, normaler Mensch. Er sieht ja auch sehr normal aus, nicht sehr spektakulär, was sein Outfit angeht und so. Und auf jeden Fall ein guter Kontrast dann zu den anderen Lehrern, die wir sehen. Ich glaube, wir kriegen ja nur von Mike noch wirklich, äh, Sprechpassagen und vom, ähm, Schulleiter, dieser, was bin ich, eine Maus, ein Bär, keine Ahnung, aber ich bin der Schuldirektor. Mega, mega geil. Und dann kriegst du halt nur am Ende, wenn das ganze Rettungskommando kommt, ne, diesen Moment, wo halt dieser Overwatch-Lehrer mit dabei ist, dieser Gunshot-Klip da. Ähm, auf jeden Fall, die Lehrer haben auf jeden Fall coole Designs und die passen sich eigentlich der ganzen Klasse gut an. Ähm, der erste große, ernste Arc in dieser Serie ist ja die USJ-Attacke, ne, die Klasse will eigentlich zu USJ fahren, äh, um halt ein paar Prüfungen zu machen. Äh, wir kriegen dann, einen der coolsten Helden überhaupt, oder Hey, Dinan 13 zu sehen, äh, wird später nur von Wash, der Waschmaschine irgendwie abgelöst, was das Design angeht. Wash, so geil. Einfach viereckig und, äh, kompakt und so. Und dann kriegen wir das erste, Mal in einer Serie, wo es um westliche Superhelden geht, Superschurken, die Villains, mit Shigaraki. Und Shigaraki ist natürlich eine ultra wichtige Figur in dieser Serie, gerade was diese Parallelentwicklung zu Deku angeht. Aber lassen wir das erstmal so oberflächlich, wie es in Staffel 1 auch ist, sein Design, ne. Hattet ihr große Erwartungen, als ihr diesen Typen mit den ganzen Händen gesehen habt? Weil ich dachte so, boah, das ist so ein cooles Horror-Design. Yes. 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 Vor allem in dem Band, in dem er vorkommt, steht ja am Anfang auch, dass Huri geschrieben hat, ja, ich kann, ich hab Hände zeichnen, gehasst. Also hab ich einen Charakter gemacht, der nur Hände in seinem Design hat. Und allein auf der Ebene bin ich halt schon so großes Respekt für dieses Design, weil das ist die Hölle. Das weiß ich aus persönlicher Erfahrung. Ähm, die Sache ist, er hat einen, einen sehr einzigartigen Eindruck hinterlassen, aber ich war gleichzeitig nicht so von ihm Hype zu diesem Zeitpunkt. Also, also ich hab so ästhetisch gemerkt, okay, da ist was, aber ich konnte es doch nicht greifen, weil halt sein Auftritt bei der USJ halt noch absichtlich, das ist ja Teil seiner Charakterisierung, er ist halt irgendwie da noch so ein Lappen. Und das ist ja auch absichtlich, dass er noch dieses weinde, unerfahrene Kind ist, mehr oder weniger. Ähm, wo ich halt dann sagen kann, okay, cooler Charakter, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht ganz so, okay, das ist unser erster Willen. Hm. Mich persönlich hat es mega überrascht, wie präsent er in der Serie sein würde, weil ich dachte noch, zu diesem Zeitpunkt, dass My Hero Academia wahrscheinlich wie andere schonen, halt in jeder Season, in jedem Art irgendwie einen neuen Gegner einführt und irgendwo tun sie es ja auch so, ne? Aber ich dachte halt, Shiggy würde irgendwann hinten zurückgelassen werden, wie Buggy in One Piece, weißt du? Von wegen, er ist der Dude, der halt am Anfang relevant ist und vielleicht kommt er später nochmal wieder, aber wir haben in der Mitte halt sehr viel relevantere Gegner und so weiter. Also das war jetzt krass, also wirklich. Ey, was du jetzt gerade für Sachen gegen Buggy gesagt hast, das war krass, wirklich. Da würde ich mich schämen, wenn ich Dude ja... Sagt der Kobi, Tübe, egal. Äh, ne, also, Shigaraki, appreciate dich richtig doll, stand jetzt Staffel 1, Ass. Also, ich fand den, ich fand den nicht cool damals, ich fand den, ich fand den weg, und ich hab auch vielleicht ein bisschen gerochen, da kann, da kann auch was werden, aber hier, boah, nee, gar kein Fan, überhaupt nicht. aber mittlerweile, sehe ich das ja in einem ganz anderen Licht, das hat, das hat Kata eben ganz gut gesagt, das ist halt, ähm, also, es war ja intended, es ist ja intended, das ist ein Opfer, das ist ein Lappen und all das ist, er ist scheiße, er ist, er kann, er kann's nicht so, aber er lernt ja auch, so wie Deko halt lernen durfte, äh, in gegengesetzten Seiten, und, äh, das macht's ja später so rewarding und nice und cool und spannend, und deswegen appreciate ich das, aber hier, also, ich weiß noch damals, als ich das geschaut hab, ähm, war das gar nicht meins, also, überhaupt nicht, aber, er hat sich im Endeffekt für mich gelohnt, finde ich, so vom Charakter. Wie findest du eigentlich generell diesen USJ-Arc? Weil, ich hab das Gefühl, dieser Art fasst voll gut zusammen, was für Probleme ich manchmal mit My Hero Academia habe, und zwar, dass ich für einen kurzen Moment für den Deku-Teil-Hype bin, dass ich dann voll lange, voll enttäuscht von den anderen Klassenmitgliedern bin, und dann gibt es halt diesen Hype-Moment am Ende, und in dem Fall ist es halt All Might gegen diesen Nomu. Naja, that's pretty much it. Ja. Ich, ich, ich seh das, ich seh das auch so ein bisschen, ähm, oder so ein bisschen, ich seh das halt auch so, ja, keine Ahnung. Ich, wenn ich, wenn ich auch in den ersten Teil von My Hero denke, so fies ich das anhören mag, ich denke immer ans Turnier als zuerst, so. Also vielleicht natürlich auch die erste Folge und so, an solche Momente, aber ich denke dann eher nicht an den UsJ, sondern immer ans Turnier oder halt ganz, ganz Anfang. Der Teil ist für mich schon fast ein bisschen vergessenswürdig so. Das hört sich zwar voll fies an, aber, ja, keine Ahnung, ist es irgendwie so. Krass, ein hartes Urteil. Kata, wie siehst du aus? Hat dieser Arc irgendwas redeemiges? Also, ich persönlich finde, dass ein paar Charakterinteraktionen da drin ganz nice sind. Also, da fängt ja Kirishima an, sich irgendwie an Bakugo zu hängen, weil er so männlich ist. Ja, das ist cool. Das ist cool. Und dann auch irgendwie, wie Chodoruki und Bakugo dann an der eigenen Stelle dazwischen gehen. Oder was auch cool ist, wenn sie halt auf der Fahrt zu USJ sind im Bus und Deko merkt, oh mein Gott, Kacchan wird von den anderen Leuten hier gemobbt, wo bin ich hier gelandet? Das habe ich so gefeiert. Und das ist, glaube ich, der Moment, wo ich sagen kann, das ist ein Grund, warum ich Bakugo so feiere, weil man kann es halt, also ich freue mich jedes Mal, wenn er aufs Maul kriegt. Das ist halt so, jedes Mal, wo er einstecken muss, bin ich so richtig, ja, jetzt muss er dran wachsen. Haha, der Loser. Und das ist halt was, was ich da richtig witzig finde. Aber nee, so an sich, USJ hat ein paar nice Momente, weil ich finde auch allgemein, die Interaktion zwischen den Klassenmitgliedern ist eigentlich immer ganz witzig. Ich finde halt, dass Hori den Fehler gemacht hat, dass nur zwei wichtige Willens hier eingeführt werden, nämlich Yigaraki und Kurugiri und theoretisch das Konzept der Nomos. Aber ich glaube, das hätte krass davon profitiert, wenn der Rest halt da nicht so No-Names gewesen wäre, sondern man hätte so ein bisschen, wie kann ich das sagen, fast schon so Reborn-mäßig, so ein bisschen so zukünftige Rivalitäten oder Verbindungen hier schon etablieren können. Das ist so ... Oh, ich liebe diesen Arc. Ich liebe es, dass Cutter Reborn als positive Referenz gerade benutzt. Das macht mich so glücklich. Ich will ein paar positive Momente auf jeden Fall hervorheben, aber ich stimme dir zu, dass mein großes Problem mit diesem Arc ist, sind diese ganzen Handlanger, die es nicht schaffen, gegen eine Meute von Kindern zu gewinnen, die noch nie ihre Quirks so ernsthaft gegen andere Menschen anwenden durften. Und da sind so teilweise Leute dabei, die seit Jahren irgendwelche Verbrecher, Gangster sind, was auch immer. Und ja, ey, was ist das für eine Gesellschaft, Alter? Was ist das für eine Lappengesellschaft, in denen Kinder irgendwie nach einer Woche Training bereits krasser sind als diese Leute? Aber passt doch auch irgendwie, weil die Schurken sind ja zu dem Zeitpunkt so eher am Ende so. Ja, aber warum brauchst dann so viele Helden? Ja, das gebe ich dir. Warum brauchst du eine ganze Gesellschaft von Helden? Aber es ist ein Superhelden-Manga, sei ruhig jetzt. Das muss so sein. Okay, alles klar. Was ich sagen wollte, ein paar Momente, die ich relativ geil fand, ist auf jeden Fall dieser Moment, wenn Tsuyu, Deku und Mineta eine Gruppe sind und sie müssen sich ihre Quirks gegenseitig erklären. Und der Moment, wenn Mineta seinen Quirk erklärt und die beiden halt so unglaublich ihn anstarren und er dann wirklich einen dieser Bälle in seine Hand nimmt und so sagt, ja, so andere Leute kleben daran, aber ich bounce. Und die zwei gucken ihn immer noch total ernst an und dann fängt er an zu weinen. Ja. Oh, Mineta. Ich hasse ihn so sehr auf so vielen Ebenen. Ja, ich glaube, über Mineta müssen wir nicht viel reden. Ich meine, ist er auch nicht sowieso nur in der Serie, weil Holy Koshis Editor gesagt hat, du brauchst irgendwie so einen lustigen Perversling oder sowas. Ich habe auch mal sowas gehört, das kann gut sein. Also ich, ja, deswegen, und bei Mineta merkst du es halt ein bisschen zu plus ultra, was das angeht. Diese andere plus ultra. Ja, ich mag den Moment, wenn Todoroki seine Leute fertig macht, also seine Wilds, mit denen er es zu tun hat und er irgendwie sowas kommentiert wie, ey, 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 ich dachte, ihr seid sowas wie richtige Superschurken, ne, ihr enttäuscht gerade gegen einen Haufen von Kindern. Das ist auf jeden Fall ein geiler Moment und halt diese ganze Nummer, wenn Aizawa gegen den Nomu kämpft und er keine Chance gegen ihn hat und dann Shigaraki versucht irgendwie Itsuyu mit seiner Fähigkeit zu zersetzen und dann stoppt er kurz vor ihrem Gesicht, weil er merkt, oh, mein Crug funktioniert nicht mehr und die einzige Art, wie du weißt, dass es Aizawa ist, ist, weil Shiggy sagt, fuck, du bist so cool und dann sieht man halt Aizawa, wie er noch mit seiner letzten Kraft Shiggy in den Rücken startet, um ihm seine Fähigkeit auszunocken, ne. Das war ein geiler Moment, ich hab's wirklich gesehen. Das ist echt geil und dieses Aizawa, du bist so cool, das sagt er irgendwie viermal in der Serie. Deswegen, dass Sven nämlich überzeugt ist, dass er so eine Risa äh, Fangirl ist. Das sind echt geile Dinge. Also Aizawa, das war echt ein guter Kampf für Aizawa. Yes. Äh, diese ganze Nummer, wenn dann All Might kommt und er von Ida hergeholt werden muss und Ida diesen ganzen Struggle hat, okay, lass ich jetzt meine Freunde zurück und renne irgendwie wie ein kleines, wie ein kleiner Welpe irgendwie zu den Lehrern, damit sie mit der Situation fertig werden. Das mochte ich aber auch gerne, weißt du, dass das so eine Situation war, Ida will seinen Mann stehen und er findet das super feige, jetzt einfach wegzurennen, wortwörtlich wegzurennen. Dabei ist es in der Situation einfach das Beste, was man machen kann, Den schnellsten Typen loszuschicken, um den stärksten Typen zurückzuholen. Ich weiß nicht, ich mochte diesen Charakter-Arc auf jeden Fall bei Ida und dann kommt halt All Might I am here, er zieht sich die Krawatte ab, man sieht ihn das erste Mal wütend und so und er klatscht alle diese 0815-Willen-Zweck und dann kriegen wir diesen Fight All Might gegen Nomu und das ist schon Hype, das ist ja wirklich Hype, gerade wenn er sagt so, dein Quirk ist irgendwie, was ist das, Schadens-Nullification und nicht irgendwie Absorbierung, also hast du eine Grenze und er versucht ihn mehr als 100% zu punchen, was auch immer das bedeutet und ich weiß noch, dass ich das im Anime immer noch mega geil finde, also das ist super geil, animiert, musikalisch super nice und halt dieser ganze Moment, wenn er wie so ein Kaiju auf ihn drauf geht, so vorweg, ich bin das Symbol der Gerechtigkeit und des Friedens und dann geht er auf ihn drauf, mega geil, ich liebe es. Ja, das war schon krass, das war auch glaube ich die Szene, die viele so gesehen haben, als das lief und dann im Nachhinein, wo man halt die Motivation hatte, das zu schauen, also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass viele dieses Plus Ultra gesehen haben, das war ja auch überall damals, das war auch einfach echt richtig, richtig geil gemacht, das macht der Studio und solche Szenen immer auch voll eigen, aber auch voll nice und so. Besser kannst du so eine erste Staffel, die quasi so den Eindruck erwecken soll, was das für eine Serie werden wird, gar nicht beenden. Ja. Ja, Mann, das war, das ist so die Art von Schonendumheit, die ich liebe, so einfach, ich hau einfach so oft rein, dass es über 100% ist, was auch immer das heißt, aber es funktioniert, das ist nice und dann auch noch diese Spannung nebenbei, das ist eigentlich mein Lieblingsmoment in der ganzen Arc, wo halt Diko so ist, so, nein, die anderen wissen nicht, was ich weiß, er ist erst quasi gerade am Verrecken, er ist nicht mehr so stark wie früher und wo auch dazwischen geht, das ist richtig nice, das war auch eine coole Seite im Manga, wo er dann nochmal als sein Mittelstufen-Self da gezeichnet war, das war richtig nice. Das ist auch generell ein guter Moment für All Might, weil wir dieses Gefühl bekommen müssen, okay, er ist wirklich das Symbol der Gerechtigkeit und so, weil in der Sekunde, wo er da halt durch diese Tür reinkommt und alle Schüler und Schülerinnen so in Tränen ausbrechen, weil sie wissen, wir sind jetzt sicher und das ist das Gefühl, dass dieser Typ ausstrahlt, ohne dass die anderen wissen, in was für einem körperlichen Zustand er eigentlich ist und das ist halt so dieses Level, was Diko erreichen muss, dass seine bloße Präsenz den Gegnern Angst macht und alle anderen beruhigt und insofern finde ich das eigentlich einen ziemlich gekonnten Moment. Ich mag es auch, wenn er den Nomu in den Himmel klatscht, dass irgendwie, ich glaube, es ist Kirim Shima, der sagt, das hat sich irgendwie angefühlt wie so ein Finishing-Move in einem Videospiel, so wirklich wie so ein Final Smash und ja, das war richtig, richtig geil und es ist ja auch ein wichtiger Moment für Shigaraki, dass er irgendwie in dem Moment, wenn All Might auftaucht, irgendwie vom Game Over spricht und dass es vorbei ist, weil Diko ihn dann später dafür outcallt und sagt, ey, im Gegensatz zu Stay bist du bei der erstbesten Möglichkeit irgendwie weggerannt und so. Ja. Insofern ist das eigentlich ein sehr, sehr guter Moment, aber ey, nach 13 Folgen endet bereits die erste Staffel und das ist eine Staffel, in der nicht so viel passiert. Ja, und All Might hätte sich eigentlich hier zurückverwandelt, aber wer hat den Tag gerissen? Wer hat den Tag gerissen? Der beste My Hero Academia-Charakter, Zementos. Zementos mit der Wand. Zementos ist der Beste. Er ist einfach der krasseste Charakter. Er wird im nächsten Tag nochmal zeigen, wie heftig er ist, aber er hat auch viel wieder übertrieben gecarried. Zementos müsste der krasseste Typ überhaupt in der modernen Seite sein, Der muss doch einfach sich in die Stadt in die Mitte stellen oder nicht. Er ist der krasseste, egal wo er ist. Welchen Anime, in welcher Welt, er wäre immer der heftigste. Guckt euch ihn an, er ist einfach Zement. Ja. Er sieht wie ein Radiergummi aus. Ich hab das Gefühl, Bumi ist so richtig gut, Basic Shapes zu benutzen, so, keine Ahnung. Ochako ist ja einfach Kreis, alles ist rund. Ja, einfach Kreis. Zementos ist einfach ein Quadrat. Oh, ich liebe es. Ja, ich meine, Wash und Thirteen sind auch nur vier Ecke, so eine Rechtecke. Das funktioniert gut. Ja, in dieser Staffel passiert dann tatsächlich gar nicht mehr so viel und dann ist halt die Frage, ist es eurer Meinung nach schlau gewesen, dass der Anime Seasonal erscheint? Weil man könnte halt sagen, okay, in Sachen Qualität hat es sich eindeutig ausgezahlt, aber wir haben ja auch den Gegenbeweis mit so Serien wie Black Clover gesehen, die sehr, sehr lange präsent waren, weil sie, glaube ich, irgendwie 140 Folgen lang oder so durchgezogen haben ohne Pause. Wie steht ihr zu diesem ganzen Seasonal-Ding? Genau richtig? Sollte das weiter so sein oder sagt ihr, ab irgendeinem Punkt hab ich gemerkt, dass es doch nicht das wahre? Nee, ich glaub, das war die richtige Entscheidung. Weil ja, Black Clover hat echt, muss man dazu sagen, an Fahrt gewonnen, weil die Serie zum einen besser geworden ist und zum anderen, sie war halt die ganze Zeit da, wie du sagst, die ganze Präsent. Aber ich glaub, bei My Hero Academy hat sich das ja erst so ein bisschen herausgestellt, dass es, ich will nicht sagen, absteigende Ass, weil das ist übertrieben, weil du hast ja auch gleich zu Anfang gesagt, es verkauft sich immer noch, es funktioniert noch gut, aber ich glaub, aus den Köpfen der Leuten ist es immer so ein bisschen mehr raus, hängt einfach mehr dazu, damit zusammen, dass halt, keine Ahnung, Filme gemacht werden, dann wird halt ein weniger in Anime reingepumpt, es wird mehr diese Schüler-Setting gepusht und ich glaub, nicht viele haben so übertrieben Bock darauf und wollen so einen anderen Shit sehen, aber du siehst ja, also, Dimench Sera und Jutsu Kaisen haben alles komplett auseinandergenommen, was das angeht, wie die Serien funktionieren, in Staffeln halt, deswegen, ich glaub, Staffeln ist the way to go und ich glaub, My Hero, ich glaub, My Hero, das wär ja qualitätsmäßig auch aufgefallen, das ist schon gut so, dass es in Staffeln gelaufen ist, so ne, ich meine, in Staffel 6 gibt's genug, äh, genug Möglichkeiten für eine Redemption, aber, wenn kein Film erscheint, I don't know, ich weiß es nicht, ja, ja, über die Existenz der My Hero Filme müssen wir auch noch an irgendeiner Stelle das ist so komisch, ich versteh diese Filme nicht, ich hasse sie, ich hasse sie so sehr, einfach bei sie auch noch Claim Canon zu sein, das ist die größte Beleidigung eigentlich, das ist so dieses, das ist dieses Clickbait Canon so, ja, es ist Canon, aber es ist mattert eigentlich, es mattert eigentlich nicht, es ist so, Shanks taucht für eine Minute aus, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, es ist, es ist voll komisch, weil Staffel 1, 2, 3 ist echt top, Tierstaffel 4 ist auch noch gut, aber ihr merkt, also Staffel 5, ich konnte es nicht fassen, ich konnte es nicht fassen, sage ich nicht ganz ehrlich, ähm, aber ich weiß auch noch, weil Staffel 4 schon angefangen hat, die Stimmung umzuschlagen, gerade in dieser, mit Mirio, und der Mirio wurde hart gecuttet, das war ein bisschen wild, dieser Mirio Fight, der Noah Solitia Show, ja, und dann auch glaube ich, äh, mit diesen komischen, Sturmtypen da, diese, diese Praktikumssequenz, war auch ein bisschen lange, ja, also ich bin auch der Meinung, äh, nimmt die Leute vom Film, setzt sie auch an den Anime, und verkürzt ein bisschen die Wartezeit, und keine Ahnung, vielleicht kommt da auch ein gutes Opening rum, wenn man sich hinsetzt, und sich die Zeit dafür nimmt, nein, nein, das glaube ich nicht, ich glaube, da liegt ein Fluch auf der Serie, okay, reden wir mal kurz über Opening, und vor allem Endings, wisst ihr, ich finde, über diese Endings wird viel zu wenig geredet, weil die sind alle so 0815, ich könnte, ich könnte dir kein einziges Ending, außer diesem allerersten, wo Deko einfach nur am Strand rennt, irgendwie aufzählen, so, was für Endings hat My Hero Academia, ich erinnere mich weder an die Songs, noch an die Visuals, so wirklich, ich glaube, an das letzte erinnere ich mich so ein bisschen, äh, da wo die irgendwie in den Supermarkt reingehen, oder so, aber was sind das für Endings, Alter, warum kriegt es My Hero Academia nicht hin, irgendwie so Sachen wie Naruto hinzubekommen, weil bei Naruto, vor allem bei Shippuden, waren ja nicht nur die Openings mega ikonisch, sondern auch die Endings sind teilweise legendär, und andere Big Free Serien, ich weiß, okay, One Piece ist eine Ausnahme, wegen der Art und Weise, wie es macht, aber Bleach ja zum Beispiel damals auch, man muss halt einfach sagen, Studio Perro ist krank, was das angeht, also es ist ja Bleach, Black Clover und Naruto, die sind absolut krank, die können das perfekt, also, ich weiß nicht, wahrscheinlich liegt es dann im Studio oder so, keine Ahnung, es gibt diesen einen, aber, kannst du mir doch nicht erzählen, dass Bones keine guten Openings und Endings sind, eigentlich nicht, das sind ja die Solita Homies, genau, ja, Solita war krass, also von Opening Ending, ja, keine Ahnung, eigentlich, du hast recht, müssen die das hinbekommen, ich weiß nur, Opening 2, Staffel 2 war, war geil, wo es gelaufen ist, so heutzutage ist mir scheißegal, aber ich weiß nicht, damals war geil, so dieses Opening, alle, alle wärmen sich so auf, Tournament Arc, das ist doch nicht schon cool, ja, ich muss sagen, Opening 1 ist immer noch mein Lieblings Opening, ich wäre auch dafür, dass wir jedes Mal am Ende des Podcasts eine Wertung für die Openings abgeben, damit wir merken, ab wo es wirklich bergab geht, ich gebe dem ersten Opening noch eine stabile 7 von 10, die 3 Punkte Abzug, gibt es nur wegen dem, äh, ikonischen, nicht ikonischen, wegen dem generischen Ende, wo die halt einfach in die Luft rumschlagen und rumfliegen und so, sowas hasse ich einfach, ich mag alles, was davor ist, und ich mag auch, wie das Opening endet, von wegen mit einem Deku, der erst in Uniform anläuft und dann zu seinem Mutterkostüm übergeht und dann einen Punch rauslässt, das ist ein gutes Ende, äh, für das Opening, aber es ist insgesamt trotzdem nur 7 von 10 für mich, wie seht ihr das? Naja, mittlerweile vielleicht sogar 6. Hm, nee, ich sag, ich sag 7 auch. Es ist der Peak. Es ist halt, ähm, ich mag den Song vom ersten Opening nicht so sehr, aber ich finde, es hat krasse Visuals, weil da sind wirklich coole Sachen drin. Ich hab diese Openings ja auseinandergenommen und sie ziert, in meine Obsession rauszufinden, was eigentlich falsch gelaufen ist. Ist das Video noch online? Das wurde ja zwischendurch gesperrt, oder? Ich glaub, das ist wieder gesperrt. das, äh... Ah, okay, wenn es noch online ist, verlinkt es. I cannot have nice things, aber, ey, wir kommen ab Staffel 2 dazu. Ja, ähm, auf jeden Fall, Staffel 1 endet und ich persönlich war super hyped, als diese Season vorbei war. Ich dachte mir, ja, Mann, ich will sofort viel, viel mehr Content und war dann auch relativ zufrieden mit dem damaligen Manga-Stand, weil ich glaube, als Staffel 1 zu Ende gegangen ist, hatten wir gerade diese Stelle im Manga, wo, äh, All Might seine Karriere beendet hat im Kampf gegen, äh, All for One. Ähm, deswegen war, war es eine supergeile Phase für My Hero, meiner Meinung nach, und ich war wirklich zuversichtlich. Ich hab ja auch damals ein Video deswegen, äh, gemacht, kurz vor Staffel 2, dass ich dachte, My Hero Academia wird wirklich das nächste große Ding und irgendwo ist es das ja auch geworden, weil die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Diese Dinger, also diese Anime-Seasons verkaufen sich wie sonst was, die Kino-Tickets auch ebenfalls, Merchandises an jeder Ecke. Ich würde sogar soweit gehen, vielleicht können das so Cosplayer oder die Leute, die da aktiv, ähm, dabei sind, das besser beurteilen, aber ich würde sagen, diese UA-Sportanzüge sind fast schon so sehr verbreitet wie die Akatsuki-Mantel. Nah, bro. Sie waren es kurzzeitig. Aber, here's the thing, ich seh immer noch Leute im Akatsuki-Mantel auf Conventions rumlaufen, die Sportanzüge von My Hero Academia sind declined. Weniger geworden. Ah, okay. Aber es gab diese Phase wirklich rough, wo du diese Sportanzüge Ja, die Phase, aber du weißt, wie Akatsuki represented worden ist teilweise. Aber das ist auch unfair. ich seh sogar Onlyfans-Models, die irgendwelche Bikini-Summit Akatsuki-Mantel Das ist dein Ding, Bro. Das ist dein Ding. Ey, aber ohne Witz, ich geh auch durch den Movie Park und da laufen Leute in den Hoodies so mit den Taschen rum und ich bin so, was? Diese scheiß Rotwöckchen. Ja, Naruto hat immer noch eine voll krasse Präsenz. Ich weiß nicht, ob das auch an Boruto liegt, aber Akatsuki ist ja eigentlich ein OG-Naruto-Stuff. Also, da darf man auch Kishi nicht irgendwie schlechtreden, was so seinen Einfluss in den Weltgeschehen so angeht, ey. Aber ey, zu diesem Zeitpunkt war ich super Hype. Was ist euer Fazit zu Staffel 1? Ne, ich war auch, ich war auch, ich habe ja damals den Mangel, glaube ich, einen Rush durchgelesen, deswegen war ich zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen weiter und schon im Turnier. Und du weißt, Turnier, da bin ich immer am Start, deswegen war ich da nochmal extra, extra hooked. Ich habe dann gesagt, oh, ihr wisst nicht, ihr wisst nicht, was noch kommt, ihr wisst nicht, was noch kommt, als ich den ganzen Kampf Todoroki und Diko im Kopf hatte. Aber ja, ich hatte voll Bock auf jeden Fall. Ich meine, für mich, das hat meine Liebe zum Schonen neu belebt. Und ich glaube, das sagt alles, also früher. Und jetzt ist es halt so, es ist ein stabiler Start und man sieht alles, was gut ist und alles, was gut hätte sein können da drin. Also es ist eigentlich die Vertretung von meiner These, du siehst, was Potenzial hat. Ob es das ausschöpft, ist halt dann immer die andere Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch ein guter Verfechter davon, dass man bei My Hero Academia bereits am Anfang in dem One-Shot sehen kann, was für Qualitäten es hat. Weswegen du keine ominöse Zehn-Folgen-Regel brauchst oder eine Staffel-Regel, um abzuschätzen, ob das eine Serie für dich ist oder nicht. Weil obwohl ich kein Fan von Superhelden und so weiter bin, hat mich diese Serie trotzdem mit all dem, was in Season 1 drinsteckt, abgeholt. Und ich würde sagen, also meine Vermutung ist, ich habe das noch nicht nachgeschaut, aber ich würde sagen, die ersten drei Podcast-Folgen zu den ersten drei Seasons werden noch relativ positiv sein. Ich glaube, erst ab Staffel 4 wird das so langsam abnehmen. Ja gut, ich glaube nicht. Ich habe ja trotzdem immer etwas Positives zum Plot an sich zu sagen, weißt du, aber später wird es halt echt hoch und unter. Ich sage es dir, es ist für mich einfach so dieses Enttäuschte, weil ich weiß, das hätte voll der Überschritt sein können und es ist korrekt, es ist nice, aber ich habe gerade bei der Serie so stark das Gefühl, dass es so viel mehr hätte sein können. Ja, ja. Ich habe das Gefühl, das Problem ist so ein bisschen dieses Versteifen drauf, das alles in der Schulzeit zu lassen. Ja, weil ich weiß nicht, du merkst es bei Hodi so sehr, du will das gar nicht, er will den Diepen so für die Shit schreiben und die war ganz so, nein Bruder, mach bitte Praktikum, wir müssen das sehen. Als er an die so sein Bildungsbegleiter, Alter. Ja, aber für mich kommt das aber immer so rüber, weil immer wenn er irgendwas Endeavor, Hawk, was auch immer schreibt, merkst du sofort, Bro, ist sofort viel besser. Ja, das Ding ist ja, kanonmäßig, wenn es mit aktuellem Manker stand, ist gerade mal das erste Schuljahr rum. Also, wir würden eigentlich mit dem zweiten Schuljahr so langsam anfangen nach den Semesterferien und so, ne? Und ich denke mir halt so, ey, ich dachte halt auch wie viele andere auch schon, dass wenn My Hero Academia dieses Schulding irgendwie vorbei hat, dass es irgendwie entweder mit so der My Hero Universitäts-Arc weitergeht oder zumindest Dingens, nicht Praktikum, aber halt, wenn sie halt in irgendwelchen Agencies arbeiten und so weiter, also wirklich in die Arbeitswelt einsteigen und dass die Serie dann mit den erwachsenen Leuten irgendwie enden würde, stattdessen ist es halt dieses Versteifen auf die 16-Jährigen, das finde ich halt so weird. Vor allen Dingen, weil es sich halt auch gar nicht so anfühlt, als wären das noch 16-Jährige teilweise. Also, ich bin auch der Meinung, entweder hätte er das mit dem Schuljahr-Ding wesentlich mehr benutzen müssen oder halt wesentlich mehr wegstreichen. Es ist dieses komische Pendel-Mittel-Ding, was nicht immer funktioniert. Das ist sehr schade eigentlich. Ja, Mann. Echt schade. Habt ihr noch irgendwas zu Season 1 zu sagen? Äh, nee. Doch, ich will noch hervorstellen, dass, was ich finde, neben der Tatsache das Story supergut zeichnen kann, dass sowohl in seinem Zeichenstil als auch überall sein Humor, das ist für mich was sehr unique in MHA ist. Dieses Four Leg of a Better Work, es ist sehr quirky und das ist etwas, was mich auch sehr früh gecatcht hat. Ja, ich mag seinen Humor eigentlich generell. Ich mag halt so generell seine ganze Ästhetik und so weiter. Auch diese ganzen Momente, wo du merkst, er ist ein großer Star-Wars-Nerd, wenn er die ganzen Star-Wars-Namen benutzt für irgendwelche Ortschaften und so weiter. Ich hab einen Punkt, aber ich glaub, der macht mehr Sinn, wenn wir in Teil 2 darüber reden, weil ich so ein bisschen Leute ein bisschen auch anhauen möchte, die immer gewisse Sachen an Horikoshi und My Hero Academia kritisieren, die eigentlich in der Serie erklärt werden oder in der Serie thematisiert werden. Katha weiß schon, was ich meine. Ich glaub, das macht ab Teil 2 ein bisschen mehr Sinn. Aber ja, im nächsten Teil gibt es deutlich mehr Content, weil die Staffel auch doppelt so lang ist und wesentlich mehr inhaltliche Sachen, über die man reden kann, auch über verpasste Chancen und so. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann wär's super, wenn ihr einen Daumen hochlässt, ein Abo, weil 70% der Leute, die sich mein Zeugs reinziehen, den Kanal nicht abonniert haben und natürlich kommentiert das Ganze in irgendeiner Weise. Schaut in die Infobox vorbei, weil da werd ich alles verlinkt haben, von Katas Twitter und YouTube zu Rafis Twitter und YouTube. Ich möchte, dass du mein erstes My Hero Academia-View verlinkst. Hab ich das gesehen? Welches war? Ich glaub, ich hab das sogar gesehen damals. Stehe das auf, dass du das verlinkst. Ich such das einfach nochmal raus. Und natürlich findet ihr in der Infobox auch meine beiden Spotify-exklusiven Podcasts, sowohl Barker-Critic für Anime und Manga und meinen Sport-Podcast Never Win, wenn ihr auf Fußball und Basketball stehen solltet. Wie gesagt, kommentiert, liked und abonniert und wir sehen uns dann ungefähr einmal im Monat mit diesen Dingern. Wir haben noch keinen festen Release, aber ich denke, wir kriegen das zu dritt relativ chillig hin. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss. Bye.